Es ist Mittwoch, es ist der 9. November und ich sage einen Satz, den ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass ich mir den jemals aus den Rippen schneiden muss. Wir leben jetzt in einer Welt, in der Donald Trump, Donald Trump, man will es nicht, man möchte es nicht, man fühlt sich mitschuldig, wenn man sagt, dass man daran arbeitet, das zur Realität werden zu lassen. Wenn wir alle nicht so einfach so tun, als ob es nicht passiert wäre, dann passiert es auch nicht, Mats. Es klingt halt wirklich komisch, Donald Trump ist jetzt gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist etwas absurd, dass wir heute an diesem Tag die Ratsherren schon vorneweg aufnehmen wollten und dann ist es jetzt dazu gekommen, keiner von uns hätte glaube ich gedacht, dass wir tatsächlich jetzt darüber reden werden. Ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir dann ja auch mal schön über die Wahl reden können und ach wie erstaunlich das dann war, dass Hillary Clinton doch so deutlich gewonnen hat und sowieso und überhaupt. Und jetzt sitzen wir hier und müssen das quasi alles etwas anders machen. Und herzlich willkommen bei die Ratsherren, diesem Podcast-Format, das es bereits seit einigen Folgen gibt, auch in einer Zeit, wo Donald Trump noch nicht Präsident war. Wir reden über Dinge wie beantworten eure Fragen, Fragen der Anhörer, der Hörerschaft der großen Breiten. Und ich bin auch ein bisschen durcheinander auch emotional, weil heute werden sicherlich die Fragen vielleicht nicht ganz so groß im Vordergrund stehen, denn hat sich etwas Redebedarf angesammelt seit heute Morgen. Ich glaube, die finale Durchsage, dass es tatsächlich für Donald Trump gereicht hat, kam so um... Jedes Mal, wenn du es sagst, ein Stich ins Herz. Ich glaube, es war so gegen neun, zwischen neun und halb zehn war so die, er hat die magische Grenze, ich glaube von den 270 oder 280 brauchte er, 270 Stimmen hat er überschritten. Das war so für mich der Moment, wo ich wirklich nochmal schlucken musste, weil vorher war es so, ja, ihm fehlen nur noch ein paar Stimmen und in meinem Hinterkopf war es so, die kommt noch, die Clinton, die kommt noch, die gewinnt jetzt die nächsten Staaten und dann zieht die doch noch knapp vorbei und dann ist es, aber dann war es halt so vorbei und zu spät und man dachte die ganze Zeit so, ja, jetzt wird es schwierig für Clinton und dann, ja, das heißt, wir werden heute ein bisschen darüber reden, wenn ihr aber schon Anmerkungen habt, darf ich direkt an dieser Stelle sagen, wir sind erreichbar in den Weiten des Internets. Ihr könnt uns beispielsweise eine Mail schreiben, diratsherrn at gmail.com, über Twitter sind wir erreichbar bei at die Ratsherrn oder über ask.fm, äh, ask.fm, ja, ask.fm slash die Ratsherrn, auch da sind wir erreichbar. So, an meiner Seite Robin Schweiger, mein Name ist Mats Leupner, wir wurden gebeten, dass wir uns auch mal vorstellen, weil die Leute immer so da sitzen und gar nicht wissen, wer wer ist und immer Ratespielchen machen müssen, das haben wir jetzt an dieser Stelle auch erledigt. Ich wollte nur kurz sagen, an alle, also an alle wichtigen Personen, die zuhören auch aus den Vereinigten Schatten, ich fand schon immer gut, ich habe eigentlich immer für ihn ausgesprochen und habe gesagt, wenn er mal Präsident wird, also das wäre doch was, habe ich immer gesagt, ne, ich mache mal kurz Flugzeugmord so in meinem Handy an. Ja, ich trinke jetzt einen Schluck Bier. Wir sitzen beide mit einer Flasche Bier hier, der Mats und ich, passend zu diesem Tag, Prost, ist auch tatsächlich meine zweite Flasche Bier schon, weil ich gerade, ich habe schon mal Livestream gemacht und habe da schon eine Flasche getrunken, denn tatsächlich, ich weiß nicht, wie gut diese Folge wird, ehrlich, also ganz ehrlich, weil das ist eine Situation jetzt, wo ich eigentlich jetzt nicht groß Redebedarf habe, in dem Sinne, dass ich jetzt gegangen bin, ich muss mit jemandem darüber reden, sondern wo ich aktiv, aktiv versucht habe, mich nicht mit dem befassen zu müssen, weil das so, diese, diese, diese Wahl, dieses Menschen so sehr meine Grundprinzipien erschüttert, also wirklich und für das, was ich glaube, wofür die westliche Zivilisation auch steht, weil wir sind ja kulturell jetzt auch nicht so mega weit weg von den Vereinigten Staaten, natürlich gibt es ja noch einen großen Unterschied, aber wir sind jetzt von den Vereinigten Staaten jetzt nicht so weit weg wie meinetwegen von Russland. Da gibt es schon mehr kulturelle Ähnlichkeiten und vor allen Dingen eben auch politische. Und das unmittelbar jetzt nach dem Brexit, die dazu in der Lage sind und wir jetzt zweimal gemerkt haben, dass diese Sachen, die ich mir immer hofft habe, dass Rassismus und alles, was dazugehört, auch etwas ist, was mit der Zeit ausstirbt und was jetzt die alten Leute noch mitnehmen und was dann die, wenn die junge Generation nachkommt, was dann ersetzt wird. Das ist halt, es ist einfach nicht der Fall. Dass wir aus der Geschichte lernen, dass auch als Gesellschaft man bestimmte Prozesse durchmacht und man merkt, okay, das hatten wir, das hat vielleicht nicht so gut geklappt oder das ist vielleicht nicht mehr das, was wir alle anstreben sollten, also machen wir es nicht mehr. Ich glaube, wir haben aus der Geschichte gelernt und wir haben, jetzt sind wir glaube ich an dem Zeitpunkt gekommen, wo wir es halt wieder vergessen haben, weil jetzt die Leute nicht mehr größt oder zum großen Teil die Leute nicht mehr leben, die diese aus der Geschichte gelernt haben. Und das scheint mir halt, weil es ist jetzt halt so weltweit bemerkbar, diese Rechte. Aber darf ich da gleich reinhauen? Weil sowohl beim Brexit als auch jetzt bei der Trump-Wahl ist es statistisch so, dass vornehmlich die alten. Ne, das stimmt nicht, bei der Trump-Wahl nicht. Bei der Trump-Wahl 50 Prozent der Millennials, also Leute in meinem, gehörst du auch zu den Millennials? Ja, ne? Ich habe ja gerade tatsächlich die Zahl nochmal reingeguckt. Also das ist aber, 50 Prozent der Millennials haben Trump gewartet auch. Ja, das kommt sicherlich noch dazu, aber ein Großteil der Wähler eben ab einem bestimmten Alter, das war ja beim Brexit auch so, haben dann eben zum Beispiel hier vornehmlich für Trump gewartet. Also es ist immer noch mehr als eben die Jungen. Aber allein das ist für mich erschreckend, dass 50 Prozent der Neuze in meinem Alter... Es gibt auch Farbige und Mexikaner, die für Trump gewartet haben. Es gibt, bei jedem Volk gibt es Vollidioten, das ist ja Volkidioten, könnte man sagen. Ja, aber das ist wirklich so ein Punkt, wenn jemand sagt, wenn ich an die Macht komme, werde ich dafür sorgen, dass du rausfliegst aus diesem Land. Naja, das sagt er ja. Er sagt ja, nur die Rapists, die ganzen Mexikaner, die ja Rapists sind. Und alle Einwanderer, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben und in Amerikanern die Arbeitsplätze wegnehmen. Ja, genau. Und da sind es glaube ich so 11 Millionen oder sowas. Das ist halt die Sache, wie in deiner persönlichen Rangliste, wie wichtig ist dir Rassismus, Sexismus oder einfach der Wille, dem System was auszuwischen. Wichtig. Und ich glaube, bei vielen Leuten war die Rangordnung von Sexismus und Rassismus weit, weit unter dem Willen, den Leuten eins auszuwischen, dem System, den da oben. Und das ist halt, weißt du, ich kann, okay, jetzt mal real talk. Wollen wir vielleicht, also möchtest du direkt jetzt, okay, dann haus einfach raus. Oder willst du kurz so etwas zu verlegen? Ich hatte kurz überlegt, ob wir vielleicht einmal ganz kurz, weil ich zu Trump und seinen politischen Aussagen, einfach. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich analytisch wäre. Nicht analytisch. Es geht nicht um die Analyse, es geht einfach um die Fakten, weil wir tatsächlich eine Frage hatten, ich fasse hier nur grob zusammen, da geht es eben darum, warum denn jetzt alle so auf Tram schimpfen, vielleicht macht er seine Sache ja gut und der wird doch jetzt total totkritisch. Und selbst wenn er jetzt alles besser macht, werden immer alle sagen, weil der ist inkompetent und der ist nicht geeignet und warum ist denn das alles so schlimm. Und vielleicht, bevor wir darüber reden. Also unmittelbar, nachdem du das dann aufzählst, würde ich da gerne, ich weiß nicht, ob es eine Relativierung ist von dem, was er dann, aber ich würde dann was Erweiternes dazu noch sagen. Ne, es sind halt so Sachen, die, als ich das nochmal mir wieder ins Gedächtnis gerufen habe, weil er hat so viele Dinge gesagt, so viele Sachen gemacht, so viel absurde Meinung vertreten, dass man das schnell wieder vergisst, weil man das einfach gar nicht alles behalten kann, weil es eben nicht nur diese eine Sache ist, wo man dann sagen kann, oh, das ist aber so. Also vielleicht erstmal so dieses Waffending, dass er ja für eine Aufrüstung, sagen wir mal, der amerikanischen Bevölkerung ist, weil seine Logik ist tatsächlich, wenn jeder eine Waffen hat, kann man sich hervorragend gegen Terroristen im eigenen Land schützen, man kann sich gegen Amokläufe schützen, also mehr Waffen für alle Leute. Deswegen ist ja eben auch die Waffenvereinigung ein großer Freund von Donald Trump. Dieser Kernlogik, das haben schon andere Leute irgendwie von sich gegeben, Eagles of Death Metal ist vielleicht ein Begriff, wo auch eben der Liedsänger gesagt hat, ja, wenn alle Leute wie in Amerika Waffen hätten, wäre das nicht passiert. Ein bisschen vereinfacht. Der ist ein bisschen durchgedreht im Nachhinein. Genau, also da kann ich mich aber auch noch an die Debatte erinnern, dass diese Logik einfach schon eine Problematik hat. Viel krasser finde ich persönlich für mich, dass er einfach, also Donald Trump, wirklich den Klimawandel leugnet. Der sagt, es gibt es nicht, das ist eine Erfindung, um dem amerikanischen Binnenmarkt oder überhaupt dem amerikanischen Markt zu schaden. Und das ist für mich so ein weltfremdes Ding, wo ich mich einfach dabei ertavisere. Das kann eigentlich nicht sein, dass sich jemand hinstellt und eben diese Fakten einfach leugnet. Also es ist eben wissenschaftlich bewiesen. Und er ist damit halt voll auf der Parteilinie vor allen Dingen, ne? So, das kommt dann auch alles umlauf, ja. Weil heute kam ja auch sein, ihr merkt an meiner Redeart, also ich bin da wirklich down. Nun, der hat ja seine Minister noch nicht angekündigt, aber es gibt quasi schon die wahrscheinlichsten Kandidaten. Und ich weiß dessen Namen gerade nicht, aber der Energieminister ist natürlich auch jemand, der nicht daran glaubt. Und er hat ja gesagt vorher, im Zuge dessen, dass er sagte, dass der Klimawandel eine Erfindung der Chinesen ist, um die amerikanische Wirtschaft zu zerstören, dass er sämtliche kleinen Schritte, die Obama gegen den republikanischen Senat durchsetzen konnte im Laufe der letzten acht Jahre, alle wieder rückgängig macht, dass er alle Arbeiten, alle Spendings, alle Kosten, die zur Erforschung erneuerbarer Energien gehen, einstampfen wird und lieber halt für Militär zum Beispiel einsetzen will, weil er glaubt, dass das, und weil er natürlich, das ist auch ein großer Teil seiner Wahlkampagne gewesen, die Kohle halt retten will. Die Arbeitsplätze rund um und in der Kohleindustrie, die natürlich ganz essentiell an diesem, an dem Problem des Klimawandels beteiligt ist. Und das ist halt so ein Ding, bei ganz vielen Sachen kannst du sagen, ja, das ist Amerika und vielleicht die Märkte, ja, das ist trotzdem sehr abstrakt, was den Effekt, der dann auf die Aktienmärkte hat, bis es dann nicht mehr abstrakt ist, aber es ist erstmal mal abstrakt. Der Klimawandel, wenn einer der größten Staaten, man könnte argumentieren, der größte Staat der Welt, einfach mal sagt, nö, den gibt's gar nicht. Und alle Arbeiten, die wir machen, um den zu verhindern oder rückgängig oder einzuschränken, wie es geht, den machen wir rückgängig. Das kann und wird sehr, sehr direkte Effekte auf die ganze Welt haben. Und nicht in 500 Jahren, sondern in 50 Jahren. Und das ist... Das kann sogar auch noch schneller gehen. Also wenn jetzt tatsächlich der CO2-Ausstoß plötzlich wieder so komplett nach oben schnellt, weil es, keine Ahnung, wir setzen wieder komplett auf Kohle. Und es geht ja auch darum, dass eben Investitionen, amerikanische Investitionen, eben gerade auch in Klimaschutzprogramme und so weiter, dann ja auch eingestampft werden sollen. Dass das natürlich einfach einen ganz, ganz krassen Effekt haben kann und wird, wenn es denn tatsächlich dazu kommt. Obamacare, weil du ja auch schon gesagt hast, immer diese kleinen Schritte, die Obama eben gegen den Senat, beziehungsweise gegen die Republikaner eben im Sinne von der Mehrheit. Die Republikaner haben ja schon seit, was weiß ich, wie lange quasi die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus. Was jetzt halt auch noch der Fall ist, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu. Obamacare möchte der Herr Trump auch rückgängig machen. Also eben die... Haben Sie gerade auch... Also machen Sie es auch jetzt... Der Paul Ryan hat es nochmal gesagt, das ist ein Schritt. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen vielschichtiger, weil Obamacare gerade in diesem Jahr halt echt viele Leute sehr enttäuscht hat, weil deren Zahlungen dieses jetzt vor ein paar Wochen erst irgendwie um 80 Prozent oder sowas gestiegen sind. Also sehr extrem die Zahlen, die die tätigen müssen, weil diese... Weil die mussten das quasi so in so vielen Punkten einschränken und verkürzen und konnten nicht das machen, was sie machen wollten, weil halt die Republikaner gesagt haben, nö, 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 nö. Dass am Endeffekt halt so ein Mutantengesetz draus war, was niemandem wirklich geholfen hat. Und selbst das... Aber selbst dieses Gesetz war besser als das, was es vorher gab. Es ist es tatsächlich so. Und das soll eben auch ungegängig gemacht werden. Und der freie Markt soll entscheiden, was Versicherungen halt einfach so für Kranke von denen haben wollen, damit sie Medikamente bezahlen können. Das ist das Dümmste, was jemand gesagt hat. Abtreibungen werden, wenn es nach Trump geht, illegal. Also Ärzte, Ärzte, Frauen sollen bestraft werden. Es ist nicht klar, wie. Aber es gibt nur noch ganz wenige Ausnahmefälle. Also, wenn eine Vergewaltigung vorliegt, Inzest oder eben das Leben der Mutter in Gefahr ist, dann wäre wohl noch eine Abtreibung legal. Ansonsten... Da ganz wichtig, da ist Ben Carson, der sehr wahrscheinliche Gesundheitsminister. Ben fucking Carson. Das ist der Mann, der glaubte, der behauptet öffentlich, dass Josef aus dem Alten Testament die Pyramiden gebaut hat, um dort Nahrung aufzubewahren. Und der Mann ist noch krasser als Donald Trump in seinen Ansichten. Das ist wirklich jemand, der auch bei Vergewaltigung glaubt, dass die Frau das Kind ausgetragen hat, weil alles Mord ist. Jede Art, jede Form der Abtreibung, egal woran. Und dieser Mann, dieser Mann, der zutiefst christlich ist und für Wissenschaft überhaupt gar nichts übrig hat, dieser Mann wird Gesundheitsminister in Amerika. Muss man da... Also, was soll ich da argumentieren? Was soll ich da jetzt sagen, warum das schlecht ist? Denk für drei Sekunden nach und... Ja. 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 Was ich auch sehr interessant finde, ist ja die fast schon legendäre Mauer, die Donald Trump bauen möchte, um die illegale Einwanderung aus Mexiko zu unterbinden. Es gab tatsächlich eine Schätzung, was diese Mauer kosten wird, wenn sie denn gebaut wird. Die wird nie gebaut. Naja, ist ein großes Wahlversprechen. Das hat er mehrfach, hundertfach mindestens von sich gegeben. Und da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die ihnen das glauben und diese Mauer erwarten. 25 Milliarden Dollar, so ungefähr die Schätzung und wird bis zu vier Jahre dauern, wenn man dann sowas bauen möchte. Das ist ja ganz absurd, so 15 Meter hohe, schieß mich tot, irgendwie so ein Quatsch. Das ist so, als würde sich jemand hinstellen und sagen, wir bauen jetzt einen Todesstern. Also von der Absurdität finde ich das so. Man liest sich das durch. 25 fucking Milliarden Dollar geschätzt. Klar, ist das schwierig, weil solche Rechnungen macht ja kein normaler Mensch. Aber das ist wirklich ein Wahlversprechen. Diese Sache, ob Donald Trump diese Wahlversprechen und Co. Naja, sie sparen ja ein bisschen Geld, weil sie nichts mehr in erneuerbare Energien investieren müssen. Da haben sie vielleicht ein bisschen Geld für ein paar Ziegelsteine. Wenn einer weiß, wie man Geld spart, ist es Donald Trump. Auf jeden Fall. Wenn jemand als guter Geschäftsmann agieren kann, dann ja wohl Donald Trump. Und also, sie gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail. Ich wollte nur mal ein, zwei Fakten einfach mal hinsetzen. Und du hast, finde ich, auch sehr schön schon das Ganze nämlich breiter gemacht, weil es geht eben nicht nur um Donald Trump. Und es geht eben nicht nur um einen Idioten, der jetzt zufälligerweise Präsident ist, sondern da sind viele Leute, die er mit hochzieht und wo er sicherlich Posten besetzen wird. Das ist ein fucking Gingrich. Das ist ein extremster Volk. Also, mir fällt es da wirklich schwer, in irgendeiner Art und Weise zu argumentieren, weil das ist so, als wenn du mir einfach einen Rechtsradikalen, jetzt mal um in einen anderen Bereich zu gehen, einen Rechtsradikalen wolltest, erklär mir mal, warum der extrem ist. Warum seine Ansichten nicht rational erklärbar und gut sind. Wo ich so denke, äh, hä? Denk für drei Sekunden selbst nach, dann weißt du das doch. Ähm, an so einem Punkt bin ich halt. Wo ich einfach, wo ich nicht weiß, wo ich anfangen und wo ich beenden soll, weil alles, jeder Satz, also normalerweise suchst du die Argumente und guckst, okay, da stimmt nicht, da kann ich argumentieren. Wenn aber alles, was ein Mensch sagt und alles, was er tut und alles, alle Leute, die er einsetzt und alles, wofür er steht, so zutiefst verachtenswert, so offensichtlich gegen sämtliche moralischen Grundvorstellungen unserer modernen Zivilisation geht, dann weiß ich nicht, wo ich anfangen soll zu Beginn. Das ist vielleicht nicht so gut, weil alles, 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 wofür er steht, ist verachtenswert und zu verurteilen und wir sollten da seit 60 Jahren drüber hinweg sein. Und dass wir das halt nicht sind, das, also es war immer klar, dass, dass nicht, dass das immer ein Teil ist von, von der modernen Zivilisation. Das ist klar. Vor einer Gesellschaft hast du ja, sagen wir ja auch öfter, da gibt's halt immer. Ihr kennt ja meine Erinnerung zur AfD, ist, ja, ist scheiße, aber muss man halt mit leben, dass die eine gewisse Anzahl der Bevölkerung haben. Aber dass das eben nicht nur dieser, mittlerweile nicht nur mehr der ein bisschen eine Anzahl ist, sondern die Mehrheit sein kann. Das ist für mich zutiefst verstörend. Wobei das ja auch immer wieder so diese, also rein, wenn du wirklich alle Wahlkreuzchen nehmen würdest, ist das jetzt auch wieder hier der Fall, dass Hillary Clinton eigentlich da mehr Stimmen hätte. Da aber das System in den USA ein bisschen anders funktioniert, ist es halt da quasi so ein Minderheitenpräsident. Das hatten wir gleich bei George Bush auch schon gehabt. War, war dreimal, ja. Das war gegen George Bush und Al Gore, glaube ich. Ja, Al Gore. Achso, ja, du meinst ja, ja, genau. Also, ähm, und noch irgendeinem, ja. Ich weiß aber nicht genau, wem. Aber dass die, die, die Mehrheit der, der Wähler in diesem Fall, sich tatsächlich für, für so eine Person und diesen Weg entscheidet. Ähm, ich, auch können wir mal ganz kurz über heute Morgen reden, wo... Genau, ich, vorher, ich wollte noch den einen Punkt machen, ähm, wo ich sagte Wheel Talk, weil, ähm, ich kann diese, diese grundsätzliche Einstellung von fuck the system, ne, und wir zeigen dem System, dass wir, dass, ähm, wir nicht mehr mitspielen wollen und wir mögen das System nicht, wie es funktioniert, wir mögen es nicht, wie Politiker agieren, bin ich voll hinter. Also, dieses grundsätzliche, ne, Banken stehen im Fokus und so weiter und so fort, wissen wir ja alle, was da argumentiert wird. Dass man da gegen demonstriert, das finde ich ja absolut legitim. Das war einer der Gründe, warum Bernie Sanders so, ähm, relativ einen Erfolg auch hatte. Ähm, nicht genug, aber einen relativen Erfolg hatte. Äh, das kann ich absolut verstehen und für, wo ich halt beginne raus, rauszuspringen und nicht, nicht mehr mitzukommen und einfach, wo mir auch niemand das logisch erklären kann, ist, wenn man dann sagt, mir ist diese, diese Demonstration gegen das System wichtiger als der Schutz der Freiheit diverser Minderheiten, wie Homosexuellen, aus dem genannten Grund. Mike, ich hab's gerade schon erwähnt, Mike Pence, der Vizepräsident, ist ein religiös Extremer, der glaubt, Homosexuellität ist eine Krankheit, die kann man mit Therapie, unter anderem mit Schocktherapie heilen. Der wollte in seinem Staat ein Gesetz einbringen, dass es unter Strafe setzt, zu versuchen, zu versuchen, eine, eine, ähm, Marriage License, eine Lizenz zum Heiraten, ich weiß ja genau Übersetzung gerade nicht, äh, von Homos, also wenn ein homosexuelles Pärchen versuchen sollte, eine solche Erlaubnis zu bekommen, zu heiraten, das unter Strafe setzen und den Clerks, also den Arbeitern der Stadt, die das auszeilen könnten, dass sie ebenfalls, ähm, unter Strafe stellen würden. Das ist ein extrem, ein extremistischer Mensch, der nichts in einer modernen, ähm, ähm, politischen Umgebung zu suchen hat. Und da ist es halt, wo ich dann nicht mehr mitkomme, dass deine, deine Rebellion, deine Prinze, dass ja alles erstmal abstrakte Prinzipien größtenteils sind hier. Dass die dir wichtiger sind, als die sehr unmittelbaren, realen Konsequenzen, die diese Entscheidung für andere Menschen hat. Das finde ich so unglaublich schockierend und das ist ein so unglaubliches Fehlen von Empathie, dass mich das extrem traurig macht. Dass du da entweder sagst, ich denke da nicht weiter drüber nach, weil ich mir nicht klar machen will, dass ich gerade mit meiner, mit meiner Wahl für eine Drittperson, die nicht entscheidendes Ding eingreifen wird, anstatt für Hillary, oder dass ich nicht wählen gehe, weil ich Hillary nicht gut finde, ähm, dass man mit diesen beiden Entscheidungen bewusst die Entscheidung trifft, ja, ich finde Trump scheiße, aber ich finde den nicht so scheiße genug, um da auch aktiv was gegen zu tun. Und damit ist es dir auch nicht wichtig genug, dass zum Beispiel homosexuelle auf diese Weise ihre Freiheiten verraubt werden. Und das ist für mich so schockierend. Das verstehe ich einfach nicht. Da komme ich nicht hinter. Ja, mein Punkt ist tatsächlich, ähm, bisschen, bisschen allgemeiner, weil, weil ich einfach, also wir haben jetzt gerade eben so ein paar Sachen aufgezählt, die, äh, so in politischer Natur, so wie ich einfach sage, es kann einfach, für mich kann ich nicht nachvollziehen, wie man so jemanden wählen kann oder wie man, wie man einer Partei, und da geht es auch in Richtung AfD, einfach völlig absurde Dinge vertritt, die ich mit meinem politischen Verständnis nicht vereinbaren kann. Ähm, dazu kommt aber einfach so dieses ethisch-menschliche, ähm, ich meine, wir müssen jetzt nicht argumentativ rausarbeiten, warum Donald Trump, der so viele sexistische, so viele rassistische, äh, menschenverachtende Äußerungen getätigt hat, ähm, und auch in Zukunft tätigen wird, das kann mir keiner erzählen, seitdem die nehmen tatsächlich alle, alle Plattformen der Kommunikation weg, was aber, glaube ich, beim Präsidenten ein bisschen schwierig ist, ähm, wie man, wie man so einen Mensch, wie eine Frau, eine, eine klar denkende, äh, Frau jemanden unterstützen kann, der eben eine, eine, eine Auffassung vom, vom Rollenverständnis zwischen Mann und Frau irgendwie aus den 50ern oder noch davor vertritt. Das, 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 das kann ich einfach nicht, nicht verstehen. Das, das geht bei mir einfach ab, also genau, und das ist ein bisschen allgemeiner gesehen, wie man als Mensch, der, äh, nach, nach, finde ich, relativ simplen Grundsätzen irgendwie lebt, nämlich einfach so, ey, versuch doch einfach mal kein menschliches Arschloch zu sein und behandle Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest, ähm, wie, wie man dann so, jemanden wählen kann, ähm, also, weil, das ist, das ist ja nicht im, im Sinne von, ähm, es ist irgendwie ein Gag oder ich möchte damit mal ein Zeichen setzen, sondern das ist, das ist ein, ein immenser Eingriff in die, die komplett politische Landschaft der, der USA. Das ist natürlich, wenn, wenn du selber deine eigene Stimme hast und damit wählen gehst, ich glaube, das macht man sich immer schwierig oder es ist schwer, sich das bewusst zu machen, weil es irgendwie auch so eine abstrakte Geschichte ist. Um das, um das, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrochen. Nee, nee, bitte. Wieso mal husten? Die haben, also eine, der Hauptgrund, wieso er jetzt gewählt wurde, ist tatsächlich nicht, weil er so eine unglaubliche Masse an Leuten mobilisiert hat, er wurde von weniger Leuten gewählt als zum Beispiel Romney 2012, sondern weil Clinton so, so viel weniger Leute, so viel weniger Demokraten mobilisieren konnte. Ähm, äh, der, der Trump hat zwei Prozent weniger Wähler auf republikanischer Seite als Romney 2012 gehabt, Clinton hat 17 Prozent weniger demokratische Wähler als Obama 2012 gehabt. Ähm, wenn du siehst, gerade wenn du siehst, wie knapp das jetzt ist, dass sehr viele Demokrat, oder 2012 noch demokratische Wähler dieses Jahr entweder nicht gewählt haben oder halt für Johnson oder Stein gewählt haben, weil sie eben auch nicht zufrieden mit Clinton waren. Ähm, und das finde ich halt auch, also, das ist halt, das ist die gleiche Art von Protest. Das heißt, ich protestiere gegen das Establishment, mit dessen Teil auch Clinton ist, mir wurde mit, ähm, mit Bernie Sanders was Alternatives versprochen, äh, und jetzt ist es doch wieder eine, äh, altbekannte Karrierepolitikerin, aber ich will auch nicht Trump wählen, weil das würde ja gegen meine liberalen, ähm, Meinungen auch, dem auch widersprechen, also wähle ich entweder diese dritte Person oder ich wähle gar nicht, dann bin ich ja nicht schuld dran. Und, äh, das meine ich halt auch mit dieser Argumentation, dass du dann diese Argumentation für dich wählst, damit du kein schlechtes Gewissen hast und da einfach dann bewusst ignorierst, dass das dafür sorgte, dass eben diverse Minderheiten jetzt damit leben müssen, womit sie eben leben müssen. Da bist du dann genauso dran schuld. Und, dass das vielleicht jetzt nicht die aller, ne, ich hätte die aber nicht wählen wollen und die haben halt das und das gemacht und die ist da korrupt und das. Für mich steht das alles so weit hinten an zu diesen tatsächlichen, unmittelbaren Effekten und offensichtlichen und bekannten Effekten, die diese andere Partei einnimmt und hat. Das ist für mich so offensichtlich, dass das mit allen Mitteln verhindert werden muss und dass da überhaupt gar keine Vermutungen der Korruption, weil es gibt ja keine, also wenn, wenn es ist, diese Mails und der ganze Bullshit wurden von diversen, diversen wichtigen großen Gesetzgebern und Exekutiven, hast du nicht gesehen, ähm, untersucht und beurteilt und da war nun, war halt nichts Kriminelles bei und da war sehr viel bei, wo man, wo ich sage, das ist ganz schön dumm, das so zu machen und das ist ja an der Grenze und A, das ist schon über die Grenze. Aber nichts davon ist doch so, ist doch so verachtenswürdig wie, ich will Homosexuelle mit uns Elektrikschrubs verpassen, bis sie nicht mehr homosexuell sind. Wie kann irgendetwas, was du im politischen Alltag machst, da heranreichen? Ich verstehe das nicht. Ich finde es ja viel, noch viel simpler, die Steuerklang von Donald Trump, die Kaida gesehen hat, wir wissen alle, warum wir sie nicht gesehen haben, weil der einfach seit Ewigkeiten keine Steuern zahlt, weil er eben juristische Schlupflöcher gefunden hat damals, um das zu umgehen. Was, was finde ich, also einfach, nur jetzt alles andere raus, aber einfach, wenn ich diese beiden Sachen nebeneinander stelle, jemanden, der seit, Steuervermeidung nennt man das natürlich, aber der, der sich dann hinstellt und dann eben auf Hillary Clinton zeigt und sagt, ja, wir haben diese E-Mail-Affäre und die ist korrupt und wenn ich an die Macht komme, dann geht sie in den Knast und also das Ganze in eine völlig absurde Richtung gebracht hat, da habe ich doch zwei verschiedene Maßstäbe eigentlich. Ja, also das ist ja ganz klar, dass die beiden uns auch völlig unterhalten, der eine musste sich halt nicht selbst in die Hose kacken im Duell und da haben wir gesagt, das war ziemlich gut gelaufen für ihn und die andere muss ihn halt zerstören, um gesagt bekommen, ja, das war ganz okay. Die Leute, die halt für Trump gevotet haben und das sagen sie ja, gibt es viele Studien, wo das ja bestätigt wird. Die voten ja nicht wirklich für Trump, sondern die voten gegen das System. Deswegen ist es auch egal, dass er sagt, ich will eine Mauer bauen und Mexikaner sind Rapists und ich möchte gerne mal Pussys grabben, weil ich halt das darf und das hat man nicht gesehen. Das ist völlig egal alles, weil sie nicht für ihn voten, weil sie ihm nicht das abnehmen, was er sagt. So, die sagen halt, ja, der labert jetzt ein bisschen und dann wird er halt ganz normaler Präsident. Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass er nicht Teil des Systems ist. Also du willst nicht für etwas, sondern gegen etwas. Ganz genau. Und da und da und mit jedem dummen, lauten Spruch, wo er irgendjemanden beleidigt, wo er eben nicht argumentativ gegen jemanden vorgeht, also kalt und roboterhaft und berechnet oder ach, Politiker und Eliten, sondern laut und unverständlich und ramblend, ja, das ist sofort, ah, der ist gerade wieder gegen das System. Also und was er dann sagt, ist halt völlig irrelevant. Das ist ja offensichtlich, weil er hat ja nie was gesagt. Er hat ja ab und zu diese, er hat diese fünf Kernpunkte, ich baue eine Mauer, ich will das Mexikaner raussehen, so. Aber ansonsten hat er ja nie gesagt, wie er irgendwas erledigt. Und das war halt egal, weil er einfach nur sagen, weil alles, was er sagen musste, war, ich bin kein Politiker, ich hasse Politiker, Politiker sind scheiße, ich räume hier auf. Und das war alles, was er machen musste. Und da frage ich mich, also weil diese Parallelen irgendwie dann zu dem, was gerade in Deutschland oder Europa abläuft, nämlich dieser Aufschwung der Rechtspopulisten, die Dinge sagen, ohne zu sagen, wie sie diese Dinge erreichen wollen. Wobei jetzt gerade Herr Orban kriegt da tatsächlich so ein bisschen auf den Sack, was jetzt so gerade ein bisschen untergegangen ist. Also auch da ist es ja... Ja, und Sack ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, ja, im Vergleich zu dem, was er eigentlich erwartet hat und zu dem, was er da angestoßen hat, ist das zumindest gerade so ein positiver... Was war das ganz Aktuelle? Ganz aktuell hat er im Parlament quasi eine Absage bekommen, ging es ihm um die Quoten und bla bla und da... Also um die Flüchtlingsquoten, wo er irgendwie sagen wollte, nein, wir machen das nicht. Ist politisch auch wieder ein bisschen kompliziert, weil dann auch seine eigene Partei, ist egal. Aber das da, also weil das finde ich jetzt ganz bezeichnet, weil das sind ja genauso Punkte, die man dann eben der AfD auch sehr gut, könnte ich über die ja genauso sagen, dass die keine Lösung bieten, sondern einfach nur stupide, wir sind gegen das, was eben, was politisch passiert, da sind wir gegen und wir wollen diese, also wenn wir diese einfachen Lösungen, das ist ja auch das, was Trump irgendwo ja auch wieder symbolisiert, im Sinne von, ja, Einwanderer, also wollen wir eine große Mauer, Amerika, er zeigt dir dieses sehr düstere Bild und das ist ja auch die Wiederbewaffnung, make America great again, das ist so ein, das ist kein Yes, we can, sondern das ist einfach so, da, hier ist es, da ist diese Utopie, die ich irgendwie habe, aber keiner, und da stimme ich dir tatsächlich zu, die Leute, die nach den Antworten fragen, wie er das denn überhaupt machen möchte, das sind nicht die, die ihn wählen. Und das ist, das ist, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, ist das noch erschreckender. Und das, also da verstehe ich auch deine, deine, ja, Frustration ist es ja gar nicht, es ist ja wirklich einfach ein Schock, der einfach da drin sitzt und so ging es mir heute Morgen einfach auch, weil es, also wie gesagt, ich habe nicht dann dran gedacht, dass das passieren könnte, dass wir jetzt hier sitzen und dass wir uns wirklich mal drüber unterhalten müssen, was das bedeutet. Das ist ja auch so ein Ding, was viele sagen, ja, weil das ist doch in den USA, hast du ja aber auch schon angedeutet, dass das sind Dinge, die jetzt angestoßen werden können, die auch ganz direkt uns durchaus betreffen können. Vielleicht nicht jetzt morgen, vielleicht nicht nächste Woche, aber die vielleicht in fünf oder zehn Jahren einfach eine direkte Auswirkung haben können. Dazu kommen ja eben auch so Geschichten, dass er ja auch sagt, so die NATO ist ja auch überholt, also dann schon sagt das und militärisch werden sie sich nicht mehr einmischen. Gleichzeitig sagt er, weil der Terrorismus muss man hart bekämpfen und dann, ich hatte bei der Tagesschau da in den Kommentaren, das ist immer eine blöde Idee, irgendwo in den Kommentaren gucken, das ist eigentlich immer blöd, aber da waren dann wirklich Leute, der sagt, ja, ist doch gut, der lässt jetzt einmal Bodentruppen gegen den IS marschieren und dann ist da Ruhe im Karton. Also wirklich so unglaublich. So wie das in Afghanistan war. Ja, wo ich so denke, Leute, da sind wir bei diesem Punkt aus der Geschichte, das ist doch jetzt noch keine hundert Jahre her. Das ist wirklich, das ist ja zehn Jahre. Dass ein gewisser Herr Busch genau das probiert hat und was ist draus geworden? Der IS ist draus geworden und dann gibt es wirklich Leute, die dann glauben, wenn man jetzt da militärisch richtig durchzieht, dann hat sich die ganze Sache erledigt. Das ist so eine Weltfremdheit und so eine Realitätsverweigerung, dass ich auch nicht mehr weiß, wie man dagegen argumentieren soll, außer eben Leute, zwei Minuten mal gerade ausgedacht und das kann noch nicht die Antwort sein. Eine Mauerbein bauen kann noch nicht die Antwort sein. Wenn jemanden jetzt eben auf einen Gesundheitsministerposten hieven, der einfach eine Weltanschauung hat, die jenseits von Gut und Böse ist, ich meine, da könnte genauso gut jemand drinsetzen, der sagt, aber die Erde ist flach. Das würde in diesem Ensemble gerade nicht wirklich auffallen. Ich bin mir sehr sicher, wenn du dir ein paar der Minister anguckst, irgendeiner wird genau das gesagt haben. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass vielleicht der irgendwie Minister für Wissenschaft, der sagt dann übrigens ab heute ist die Erde flach. Und das steht jetzt auch in allen Geschichtsbüchern so. Ich würde da tatsächlich drauf wetten, also bei so einem Ben Carson, das wäre nicht das Verrückteste, was der je gesagt hat oder behauptet hat, dass die Erde flach ist. Josef hat die Pucking Pyramiden gebaut. Ja, alleine. Ja. Ja, also da gibt es Hollywood-Filme, wo dann irgendwelche Leute das machen und da denkt man sich schon, ja, das war ganz schön fiktiv. Das ist zu dumm, da kann ich euch leider nicht reinversetzen. Also für mich ist es halt echt, es sind einmal diese realen Auswirkungen, unter denen dann halt diverse Minderheiten zu leiden haben, die auf die ganze Welt im Punkt Naturschutz kommen könnten. Aber es sind dann eben auch einfach das Wissen, dass diese alternative Rechte, diese neue rechtsradikale Bewegung nicht das ist, was ich immer hoffte, was es ist, nämlich eine so eine Seitenerscheinung, die ganz natürlich ist, weil es immer irgendwelche Rebellen geben muss, die sich da im Recht fühlen, sondern dass die ganz tief im Mainstream verankert sind und einen großen Teil der westlichen Zivilisation gerade einnehmen, weil das ist halt nicht nur Amerika, nur du hast Gerd Wilders, du hast die La Pen, du hast in Deutschland die AfD, du hast die Identitären, die mittlerweile immer größer werden in Deutschland. Das ist halt nicht auf Amerika eingegrenzt. Du hast den Brexit. Und dieses Wissen, dass wir halt echt, ich glaube, wenn ich überlege, das ist halt das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, also auf jeden Fall seit ich am Leben bin, aber ich glaube auch so ziemlich eigentlich fast seit dem Zweiten Weltkrieg, dass das Gefühl des Fortschritts sich auflöst. Weil ich habe das Gefühl, seit dieser Zeit ging es immer weiter nach vorne mit dem Punkt von Freiheiten, dem Punkt von Bürgerrechten, dass da immer in irgendeinem Grof, wenn man das große Ganze betrachtet, wir immer einen Schritt nach vorne gemacht haben. Es sind so diese, Entschuldigung, ich habe ja noch so ein bisschen Husten, so Sachen wie eben der Fall der Mauer und die EU baut sich auf und ich weiß, was du meinst, dass man das Gefühl hat, wir haben so den Peak erreicht vor ein paar Jahren und dass diese Ausreißer, wo man so dachte, ja Gott, dann hast du halt eben mal sowas wie die Pen, das gibt sich alles wieder und dann hast du plötzlich aber den Brexit, etwas, was auch nicht so einfach umkehrbar ist und was auch noch größere Auswirkungen hat, als man dann irgendwie so direkt im Kopf hat und dann hast du dann eben jetzt da, es ist eben nicht irgendwie das kleine Land irgendwie um die Ecke, wo man dann sagen kann, also Türkei ist ja auch so ein Ding, wo man zwar sagt oder in meinem Gefühl ist das so, dass ich denke, es ist schon echt extrem krass, was da passiert. Ja, die Philippine wurde ja droht. Ja, 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 oh Gott, der ist auch so ein Typ, der... Das ist einfach, das ist Hitler, wenn er nicht als normaler Politiker angefangen hätte, sondern ab der ersten Sekunde in seiner Wir-müssen-alle-juden-vernichten-Fassung gewesen wäre. Also war er immer aber ganz offensichtlich so. Weißt du, was ich meine? Und er wurde unter diesen Umständen gewählt, das ist so, als wenn Hitler einfach zu seiner Wahl gesagt hat, ich möchte den Zweiten Weltkrieg auflösen, so und so viele Millionen Leute sollen dabei sterben und das müssen wir beziehungsweise genauso machen. Und dann wurde der gewählt und jetzt macht er genau das. Also das ist nochmal eine andere Nummer. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, man einfach sagt, wir bekämpfen das Problem mit dem Drogen, indem wir einfach alle, die mit Drogen zu tun haben, umbringen. Genau. Und jeder, der jemanden umbringt, der kommt straffrei davon. Genau. Und jeder, der irgendwie, also weißt du, wenn da jetzt ein Familienmitglied irgendwie drogenkrank ist und du das zu Hause irgendwie pflegst und versuchst das irgendwie in Ordnung zu bringen und du dann erschossen wirst, dann ist das egal, weil du hast halt auch mit Drogen indirekt zu tun. Aber das ist so weit weg. Genau, das ist so abstrakt. Ja, und auch so irgendwie so absurd. Und absurd, ja. Also für uns keine Einflüsse direkt. Genau. Und dann hast du jetzt aber plötzlich jemanden wie Trump, der jetzt einfach mal, und das finde ich halt eben auch wichtig, dass man das immer wieder sagt, es ist nicht nur Donald Trump. Es sind die Republikaner, die eben Mehrheit im Senat haben, Repräsentantenhaus. Und da können politisch Dinge passieren, die wirklich, wirklich dramatisch sind. Ich werde mal diesen einen Artikel verlinken, wo eben so Fragen aufgeworfen werden können. Kann Donald Trump theoretisch die Presse beeinflussen? Kann er sie mundtot machen? Und er plant ja einen eigenen Fernsehsender, also einen Propagandasender. Bin mir aber sicher, das hat er geplant, weil er dachte, dass er kein Präsident wird und das war seine Nummer. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das so war. Ja, also das ist ja auch so eine Sache, dass, weißt du, dass sich wirklich jemand hinstellt und vor der Wahl sagt, ja, also wenn die Wahl nicht so ausfällt, wie ich das wünsche, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich die nicht anerkennen werde und so. Und das ist ja sowieso alles manipuliert. Und jetzt kein Wort mehr drüber verliert. Also auch da ist es so absurd. Und deswegen, es summiert sich ja so viel, dass man wirklich in so eine Art Schockstarre fällt. Denn das ist, ich hatte das bei uns hier im Büro auch im Bose-Park, wo Sue, auch die Kollegin oder meine Chefin ja auch, also sie war wirklich, wirklich, wirklich deprimiert und die war wirklich schockiert. Die weiß überhaupt nicht, wie sie das fassen soll. Also das ist für mich das Dramatischste auf internationaler Ebene, was ich hier erlebt habe. Oder wo ich mich am meisten emotional halt... Naja, aber auch wo man weiß, es passiert gerade etwas, das wesentlich größer ist, als das man gerade so wirklich fassen kann. Und also es ging jetzt überhaupt nicht darum, dass man diese beiden Ereignisse irgendwie vergleicht, aber einfach um das Gefühl, dass man da etwas mitnimmt, etwas aufnimmt und man kann es nicht so richtig deuten. Man weiß nur, das ist etwas Schlechtes, etwas, was komplett gegen die eigenen Werte geht. Und da wollte ich auch nochmal auf diesen einen Punkt, dass man, weil du gerade oder vorhin gesagt hast, dass man seine eigenen Werte und seine eigene moralische Überzeugung ja plötzlich mit etwas konfrontiert sieht, was komplett dagegen geht und was eben keine Minderheit darstellt. Und das ist auch etwas, wo ich auch sagen muss, dass das trifft mich. Also das ist wirklich so ein ganz komisches Gefühl, weil für mich eigentlich immer klar war, dass die Mehrheit der Menschheit am Ende eben vernünftig ist. Oder sagen wir mal, ja gut, genau, sondern einfach ganz, ganz plakativ, einfach gut ist. Und wenn sie die Wahl hat, das Gute wählt. Und dann, dass jetzt natürlich da ganz, ganz viele Faktoren mit reinstehen. Und wir wollen jetzt auch nicht argumentieren, dass Hillary Clinton das Gute ist, aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Genau, dass es nicht darum geht, dass Hillary Clinton jetzt der weiße Ritter ist und komplett perfekt geht oder so. Aber das ist ja wirklich, da hatten wir ja auch schon mal gesagt, dass Donald Trump niemand ist, über den man eigentlich wirklich diskutieren darf. Und das, wofür er steht. Das ist das, was mich gerade noch, also, weil es hat mich schon während der Wahl angekotzt, dass die, dass du die Positionen Trumps teilweise nicht mehr als das bezeichnen durftest, was es ist, was sie sind, nämlich rassistisch, demagogisch, sexistisch und halt verachtenswert. Und dass du das nicht sagen durftest, laut vielen Leuten, weil er ja einfach ein Präsidentschaftskandidat war und ey, der vertritt da nur mal Leute und ja, also wenn du in einem internationalen Foren unterwegs bist, dann ist das natürlich, dann, wenn du diese Einstellung hast, die ich habe, dann darfst du ja de facto nicht für einen der beiden Präsidenten sein, nach den Forenregeln, weil das, all das wäre, was normalerweise Foren nicht erlauben, nämlich rassistisch, sexistisch beleidigen und so weiter und so fort. Aber dieser eine Präsident vertritt das und man muss ja eigentlich über beide Präsidenten reden dürfen. Deswegen sind das plötzlich legitime Einstellungen. Und das war für mich schon furchtbar genug, dass Leute diese Position als legitime Position angesehen haben und verteidigt haben, aber jetzt sind wir noch einen Schritt weiter. Und das, 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 sorry, falls dieser Podcast nicht so lustig ist, aber ich weiß nicht, wo ich da anfangen und wo ich aufhören soll mit dem Kotzen oder mit dem Traurigen in Bett legen und weinen. Ich, ich finde das absolut schockierend. Ich kann das nicht oft genug betonen, wie ich, also ich war da, glaube ich, ähnlich mitgenommen wie deine Chefin. Ähm. Und bin es immer noch ein bisschen. Ich hatte so Momente, wo ich, wo ich einfach vergessen habe, heute Morgen, dass ich zu arbeiten muss. Ich stand wirklich unter der Dusche und man verliert sich dann ja so in, in, in Gedankenströmen, weil man sich plötzlich mit so ganz vielen Sachen auseinandersetzen muss. Ähm. Weil ich eben auch dieses ganz komische Gefühl einfach hatte und ich habe so ein bisschen versucht zu ergründen beim Haare waschen, äh, wie, warum ich jetzt dieses komische Gefühl habe, ob ich jetzt wirklich eine Angst habe, ob ich so eine, so eine, ähm, eine Angst vor der Zukunft habe oder eine Angst davor, was er macht oder was das bedeutet oder ob das wirklich so ein bisschen meine, meine Überzeugungen hinterfragt, dass der Mensch eigentlich ja eher, ne, so und dass, dass, dass diese Gesellschaft, ähm, aus der Geschichte gelernt hat und, äh, also diese demokratischen Werte, äh, einfach funktionieren und, und, ähm, dass Sicherheitsmechanismen sind, dass, dass Leute, die, die bestimmte Ansichten vertreten, äh, auch aus Überzeugung vertreten, vielleicht ist das gar nicht bei Donald Trump so, vielleicht ist das wieder, ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass es einfach jemand ist, der das nur gesagt hat, ähm, was ich finde ich ganz, 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 also gefällt mir sehr, dass er es gesagt hat, nämlich, dass, dass es egal ist, was er gesagt hat, Hauptsache es war was anderes als das, was, was man sagt als Politiker, dass die Leute ihn gewählt haben, nicht weil sie für ihn waren oder das, äh, unterstützen, äh, wollen, was er gesagt hat, sondern weil das eben das andere ist, als das, was man eigentlich nicht sagt und, und macht und denkt und ob er jemand ist, der das einfach nur ausgenutzt hat, weil er eben ein Geschäftsmann ist, der immer so funktioniert hat, ähm, oder ob das wirklich seine, seine überzeugenden Werte sind, die er vertreten möchte. Und, und, weißt du, jetzt ist halt das Ding, wo es, wo, das ist halt egal, weil diese Ausrede von wegen, ja, ey, der sagt das einfach nur, um halt gewählt zu werden, ich finde das gar nicht, ich finde das auch nicht die unrealistischste aller Ansichten, ich glaube nicht, dass das entschuldigt, da apathisch zu sein, aber ich glaube, also ich kann das schon, ich, 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 ich könnte das schon nachvollziehen, wenn er einfach, ne, oh, ich kann grad, äh, Rassisten und Sexisten und einfach unzufriedene und Protestwähler ansprechen, also mach ich das einfach, weil ich halt gewählt werden will, weil ich Präsident sein will, das wär halt cooles, cooler Ego-Boost. Würde voll zu ihm passen, absolut, hundertprozentig und dann ist er Präsident und dann guckt er erstmal, okay, was ist das einfachste, was mach ich jetzt? Absolut legitim. Die Sache ist aber, wie gesagt, dass hinter Trump, der ein sehr, sehr egomanischer, nur auf seine selbst fokussierter Typ ist, echte extremistische Ideologen jetzt stehen, die tatsächlich nicht aus Selbstsucht da sind, weil sie einfach nur sich selbst, ähm, verwirklichen wollen, sondern weil sie wirklich daran glauben, was sie sagen. Diese Leute besetzen das Kabinett nun, diese Leute stehen hinter ihm, diese Leute sind für die Politik dieses Landes nun verantwortlich und also, selbst wenn es nun der Fall ist, dass Trump genau das ist, was alle sagen, die ihn auch teilweise gewählt haben, nämlich einfach nur halt jemand, der gegen das System ist und ja, der sagt viel Scheiße, aber das würde ja alles eh nicht so machen, das sagt er nur, um halt, ne, ein bisschen, selbst wenn das der Fall ist, hast du mit diesem einen Typen, der nur ein Schaumschläger ist, für mich, fast mit, mit dir, die, also, ich glaube, ich will halt nicht zu, zu sehr hyperventilieren, aber ich glaube so, ich hasse es, wenn Leute dann irgendwie sagen, das ist kein Mensch mehr, der ist das Böse, das, ähm, das, das mystifiziert die so und Menschen sind halt Menschen, so. Aber diese Leute sind für mich am nächsten an dem Anführungszeichen dem Bösen, dass es geht, diese extremistischen, ideologischen Menschen, die wirklich extrem daran glauben, dass eben diese Minderheiten weniger wert sind als sie selbst, aus verschiedensten Gründen. Und diese Leute sind nun aktiv für die Politik verantwortlich und selbst wenn also der Fall ist, dass Trump dieser Schaumschläger ist, macht das die Sache, wenn überhaupt, noch schlimmer, weil er dann zurück, weil er dann den Schritt zum Rupen machen würde, um die wirklich gefährlichen Männer anfängst. Ja, oder einfach als Marionette funktioniert. So, und das, das ist, also, was für mich ganz eindrücklich war, ähm, es gab eine, eine Geschichte, ich glaube, ein Nachrichtenmoderator war das, ähm, da gab es so einen Ausschnitt zu sehen über Facebook, der eben gesagt hat, ähm, was, was auch vergessen wird, ist wirklich, dass, das eben, das, was du auch gesagt hast, dass eben da Minderheiten sind, die jetzt wirklich schon, schon Angst haben. Also, wo, wo ja Leute im Bekannten gesagt haben, das sind Muslime, die haben Angst und die haben ihn gefragt, ob sie jetzt das Land verlassen sollen. Ja. Ob, ob es wirklich so schnell eskalieren kann, äh, also, also, wirklich ganz aktiv und jetzt in diesem Moment bereits Angst haben. Ähm. Ja, weil, ne, es gibt ja auch viele Leute, weil dieses Immigrationssystem so fucked up ist in Amerika, die irgendwie seit 20 Jahren da leben unter so einem temporären Status, der eigentlich ewig weiterlaufen würde, der aber einer der Sachen ist, wo Trump sagte, der wird gekündigt. Die auch Steuern zahlen, also die wirklich ein Teil des Systems sind. Ja, das ist genau das Ding, wo Trump sagte, die werden alle deportiert, weil die keine, weil, das ist, ne, deren Eltern sind mal illegal dazugezogen und unter Obama war es dann so, sind die Kinder, dann keine illegalen Citizens mehr, sondern wenn sie geworden sind, sind sie auch ganz reguläre Bürger. Und das ist halt eine Sache, wo Trump sagt, nein, 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 die sind ja, ne, mögen zwar seit 30 Jahren hier leben, aber sind trotzdem braune und die müssen deswegen deportiert werden. Ähm. Und genau das sind halt sehr, sehr, sehr reale Konsequenzen. Behinderte, der, die jetzt, äh, das erste Mal die Chance haben, Medikamente zu bieten. Ich habe einen Forumpost gerade heute gelesen von jemandem, der über seine Schwester geschrieben hat, die unter, ähm, klinischen, extremen, extremen Depressionen leidet, die ein Implantat ins Gehirn bekommen hat, die, ähm, irgendwie die, den, den, den Chemiefluss irgendwie so steuert, dass das dem normalen Menschen näher ist, weil es da einfach, einfach eine, eine physische, wie das, ein, 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 ein erkennbares physischste, äh, die diese Funktionalität gab, wo halt bestimmte Chemikalien nicht so ausgestoßen werden, wie sie sollten. Und durch dieses Implantat wurde das eben gefixt. Das ist aber auch so ein Ding, äh, was halt nicht normalerweise übernommen würde, weil es ja nicht lebensgefährlich ist und so weiter und so fort. Und, ähm, sie ist eine der Personen, die unter dem neuen Gesundheitssystem nicht mehr gecovert worden wäre. Das heißt, sie würde uns ja ihr alten Medikamente wiedergestellt werden müsste, wodurch sie quasi, äh, vor sich hin vegetiert. Wodurch sie halt, ne, dann da sitzt und sabbert und kein, kein, keine Gefühle mehr hatten. Und jetzt war es quasi so, dass sie das erste Mal in der langen Zeit wie ein normaler Mensch, wie ein normaler Mensch agieren konnte. Und er steht jetzt vor dem sehr konkreten, vor der Zukunft, dass seine Schwester von einem einigermaßen normal lebend, gesunden Menschen zurückgestuft werden wird von einem Politiker zu einer vor sich hin vegetierenden Frau. Und, wie, ne, das ist es. Wie, wie kannst du das ignorieren? Wie kannst du das vor irgendwelchen Skandalen, vor irgendwelchen abstrakten Ideen eines, einer, einer großen Elite, wie kannst du das dagegen abwägen und sagen, das ist mir wichtiger? Das macht mich, ich hab grad Tränen in den Augen, was macht mich so wütend. Wie, wie, also mein Gedanke war jetzt auch dadurch, dass, dass sich eben so ein bisschen irgendwie meine Realität verschoben hat oder sowas. Ich weiß nicht, es ist, es klingt immer so, so hochtrabend, aber ich glaube, dass, das wird's am Ende bei mir sein, dass es einfach so ein, so ein Gefühl ist, dass es irgendwie, dass wir nicht so weit sind, wie ich dachte. Ja. Und das war für mich auch immer so eine, so eine Beruhigung, wenn ich so in Richtung AfD und dieser, dieser Rechtsruck, der durch, durch Europa irgendwie geht, weißt du, dachte, ja, es ist alles sehr, sehr bedenklich, aber wir haben so viele Systeme und, und Schutzmechanismen und weiß der Geier was, dass eben, sagen wir mal, dieser, dieser Zugriff eingeschränkt ist, dem eben solche Leute, die eben in der AfD gerade unterwegs sind und vertrinken können. Das haben wir nächstes Jahr Wahlen und es wird trotzdem immer noch alles unter dem Flüchtlingseinfluss stehen, also das wird das beherrschende Thema werden, zumal dadurch, dass in der Türkei jetzt auch gefühlt alle Stricke reißen und man da, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr so wirklich argumentieren kann, warum man mit, mit diesem, diesem Staat beziehungsweise mit der, mit der führenden Elite dieses Staates, Erdogan, das Ding offensichtlich ja in ein, ein Staatssystem umwandeln will, was nichts mit, äh, europäischen Vorstellungen zu tun hat, äh, wie man mit diesen, äh, Menschen, mit diesem, diesem Staat eben ein, ein Abkommen haben kann, was, äh, die regulierende Flüchtlings, äh, Situation irgendwie zu stellen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da noch in, in, an einen Punkt kommen, wo eben dann die Türkei sagt, ja, wir machen jetzt alles wieder auf, wir lassen jetzt alles wieder durch, äh, weil ihr ja nicht, äh, also ihr und damit die EU nicht in, äh, bereit seid über die Beitrittsverhandlungen oder ihr eure, ihre Abmachung nicht eingehalten habt, äh, hauen wir gerade alles wieder auf und dann ist natürlich die Frage, wie, wie reagiert Europa? Ich, äh, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, dass das, ähm, äh, auch schwierig ist, beziehungsweise, sagen wir mal, für viele nicht nachvollziehbar ist, wie da die Position ist, dass halt so, dass so ein, so ein, so ein Argument dazu, wir machen einfach die Grenzen dicht, einfach nichts real Funktionierendes ist, ähm, und wenn wir mal ganz blöd über diesen, diesen Punkt reden, wo eben die Türkei sagt, ich steige, wir steigen aus, wir lassen alles wieder durch, ähm, dass dann natürlich wieder diesen rechtspopulistischen Parteien das sehr in die Hände spielt, ähm, und ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir dann plötzlich auch in Deutschland, äh, vor einer Realität sitzen, äh, nach, nach einer Wahl, die wir auch so nicht erwartet hätten. Das, also, ja, da, also ich, vor, vor, äh, vor, äh, 24 Stunden hätte ich dir halt sehr entschieden widersprochen, ähm, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich einen Einfluss auf die deutsche Politiklandschaft hat, weil wir hatten ja gerade hier aktuell selbst die Wahlen, und da hatten wir ja auch die, ähm, traditionelle Rechts, äh, am rechtsextremsten Bundesländer dabei, und da hatten wir ja das Ergebnis, ne? Es war aber auch in Berlin mehr, als man eigentlich gedacht hätte. Ja, ja, na klar, na klar, na klar, aber darüber hatten wir ja gesprochen, weil ich bin, meine Hoffnung ist halt einfach die, äh, dass, wie jeder, der diesen Podcast ein paar Mal gehört hat, weiß ja, dass ich, äh, eher auf der, auf der, auf der, im linken politischen Spektrum angesiedelt bin, ähm, meine, meine Hoffnung ist da, dass die AfD und die, äh, CDU sich halt einfach ein bisschen kannibalisieren gegenseitig und im Endeffekt es rot-rot-grün werden wird, ähm, und ich, das ist auch durchaus ein realistischer, äh, an sich, dass es halt, ähm, aber das wäre halt auch irgendwie ein, ein halbgarer Sieg, weil das wäre ein Sieg, der darauf, das wäre eine linke Regierung, die darauf fußt, dass die Rechte stärker wurde. Ja, ja. Ähm, und das ist natürlich auch nichts, wo man sich wirklich doll darüber freuen kann, ähm, und ich mag eher links angesiedelt sein, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn es genauso wie jetzt noch weitergeht, also wenn auch, wenn es auch wieder eine große Koalition gäbe, ja, da gibt es viel, wo ich widerspreche und was ich nicht mag, ähm, aber guck dir an, wie wir dastehen als Land heute, wir sind, also uns geht's, wie, den Deutschen geht es aktuell so ziemlich am besten weltweit, es gibt auch noch so ein paar, äh, Staaten wie so Finnland und Co., aber, ähm, wirklich, uns geht's wirtschaftlich und sozial und auch politisch so gut wie eigentlich keinem anderen Land weltweit und auch wenn es, da muss dann auch ich als jemand sagen, der in vielen politischen Situationen eben der CDU absolut widerspricht, irgendwas haben sie da richtig gemacht und das haben sie auf Kosten von Leuten richtig gemacht, äh, zum Beispiel der Griechen, ne, das ist ja auf Kosten dieser, dieser Menschen wieder vergessen, unter anderem, äh, dass es uns so gut geht, ähm, aber sie haben es halt gemacht, ohne einfach ganz grundsätzlich zu sagen, wir, äh, Ausländer raus, ohne grundsätzlich solche extremistischen Aussagen zu tätigen und das ist halt echt ein Erfolg, ähm, deswegen würde ich jetzt auch nicht weinen, wenn es halt nochmal so weitergehen würde, ähm, aber wenn jetzt tatsächlich irgendwie nächstes Jahr dann kommt, ach, die AfD hat, äh, 20% und die CDU 30% und die anderen alle 15%, jetzt muss es leider doch eine CDU-AfD-Koalition geben, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ich da machen kann dann, also ich weiß wirklich nicht, wie ich damit umgehen kann, soll, darf, weil ich, das nie Teil meiner, meiner Wahrnehmung war, dass das eine Option ist, dass, dass es eine Option ist, dass die Welt, dass, sagen wir, dass die westliche Zivilisation, die für mich ja so ziemlich die Welt umfasst, weil das alles ist, womit ich mich beschäftige, womit wir uns alle beschäftigen, ist hauptsächlich unsere Kultur und unsere Zivilisation, die ja eine sehr andere ist als in anderen Teilen der Welt, aber dass diese, diese westliche Zivilisation zurück von ihren liberalen Grundsätzen, von, von ihren immer mehr auf, äh, Diversität gehenden, äh, Grundsätzen davon weggeht und hin zum nationalistischen, das ist für mich halt so grundsätzlich schockierend und so grundsätzlich überraschend und furchtbar, dass ich da einfach, da will ich nicht drüber nachdenken, weil ich nicht weiß, also das würde auch nirgendwo hinführen, ich würde da keine Lösung finden und da, das will ich nicht als Option sehen, dass die AfD hier was schaffen kann, weil, wie, wie etwas, was Trump in den USA geschafft hat, weil ich glaube es auch tatsächlich nicht, ich glaube es nicht, weil wir eben gesehen haben, was passiert ist eigentlich und ich, das war der, der, das war so, also in Deutschland wurde es mit den Flüchtlingen so schlimm, in Anführungszeichen, in der öffentlichen Wahrnehmung, wie es werden kann. Es wurde gesagt, kommt alle rein, in allen Teilen stand Flüchtlingspanik, Chaos, es standen Leute auf den Straßen, ähm, es wurden, ähm, an Silvester, haben die ganzen ausländer Flüchtlinge, die natürlich nicht zu den ganzen syrischen Flüchtlingen gehörten, aber ist egal, haben die deutschen Frauen alle vergewaltigt, zumindest stand das genauso in den Zeitungen, ich weiß nicht, wie viel schlimmer es noch in der öffentlichen Wahrnehmung werden kann und selbst damit hat es die AfD nicht geschafft, auch in den traditionell sehr rechten, äh, Bundesländern irgendwie an eine große Mehrheit zu kommen und das ist das, woran, was mich halt beruhigt, ähm, ja, aber wie gesagt, wer weiß, wer weiß. Es sind genau so Sachen, wie wir, wenn wir jetzt diesen Podcast gestern aufgenommen hätten, ähm, hätten wir auch drüber gelacht und gesagt, ja, morgen ist ja dann Trump Präsident der Vereinigten Staaten, das ist einfach so eine, ähm, also überhaupt, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich für wahrscheinlich halte, dass jetzt die AfD, oder dass diese Situation eintritt, dass die AfD dann, äh, plötzlich eine Regierungspartei werden muss, ähm, aber diese, diese, und das meine ich mit Verschiebung der eigenen Realität, dass man plötzlich akzeptieren muss, äh, dass die, die eigene Auffassung, ähm, von, von, von Ethik, Moral, von, von, äh, Gutsein und kein Arschloch sein, dass es da offensichtlich eben, äh, einen sehr großen Teil gibt, der, der da anders denkt, aus welchen Gründen auch immer und ich glaube halt ja auch, dass das, ähm, das finde ich, hast du sehr gut dargelegt, die eben keine, keine elementaren Gründe sind, also dass, dass da Leute wirklich sagen, äh, nö, ich, ich, so, also die gibt's garantiert, aber es ist eben nicht die Mehrheit, die sagt, ich möchte, dass, äh, wir eine Mauer bauen, ich möchte, dass, äh, Frauen nicht abtreiben dürfen, ich möchte, dass jeder eine Waffe in die Hand hat, das glaube ich ja auch nicht, sondern dass es wirklich, ne, ja, eine Instrumentalisierung, äh, gab, dass einfach da ein Populist, äh, Glück gehabt hat, ich weiß nicht, was es ist, aber das ist, ja, er hat, ist ja eine politische Situation reingestoßen nach Obama, wo offensichtlich ja sehr viele Leute, ähm, oder sagen wir mal, ein Teil der Leute, das ist, ist ja die Sache, da gab's ja glücklich ein Drittel, äh, von Trump-Wählern waren aus der Mitteln-Unterschicht die, der ungebildeten Weißen, so, ähm, und diese Leute haben sich offensichtlich durch Obama, warum auch immer, nicht vertreten gefühlt, vielleicht herrscht auch noch so dieses, äh, ja, aber das ist ja, ist ja gar kein Weißer, äh, und ich will überhaupt nicht, dass gar kein Weißer, äh, da, also Präsident und so, finde ich aber nicht so gut aus, weiß ich nicht warum, ähm, dass da ja sich offensichtlich eine Art von, ähm, Hass ist vielleicht zu viel, aber vielleicht ist es auch Hass, Wut aufgebaut hat, ähm, und, und dass dann diese Leute einfach, äh, hoffentlich, in Anführungszeichen, drüber hinweg gesehen haben, was Trump wirklich sagt, sondern gesagt haben, wir wählen ihn, weil er nicht der ist, sondern weil er, äh, weil keiner erzählen, dass sie ihn gewählt haben, weil er einer von uns ist, Herrgott, guckt euch diesen Typen an, keiner, keiner würde den noch wählen, weil er sagt, ich fühle mich durch, also ich erkenne mich da wieder, außer vielleicht in der Art und Weise, dass er sagt, ja, die Politiker, dieses Establishment da, da müssen wir dagegen an, so diesen Biertisch, äh, Stammtisch, ja, aber das, und das, ich weiß nicht, wahrscheinlich wiederhole ich mich, aber das ist, das ist doch einfach ein Wahnsinn. Das ist, das ist, das ist noch die besondere Absurdität, der dazukommt, dass er ja auf Obama folgt, äh, der, einer der erfolgreichsten Präsidenten der letzten Jahrzehnte der, der USA, wenn man sich einfach nach Zahlen umguckt, wie, wie es vorher aussah, als er, oder zum Ende der vorherigen Präsidentschaft aussah von Bush und wie es jetzt aussieht, der hatte dieses Land übernommen in einer der größten Wirtschaftskrisen aller Zeiten und, äh, hat es halt daraus gehievt, hat er, hat er, du kannst dessen politische Einstellung scheiße finden, das ist einfach eine Zahlenfrage, wo der er das de facto gemacht hat, ähm, und hat die, hat das Land halt, aus meiner Sicht, in so vielen Fragen nach vorne gebracht, ne, punkto, äh, 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 gleichgeschäftlicher Heirat, punkto, ähm, Akzeptanz von, äh, von Transsexuellen und Co., äh, punkto von, äh, Klimaschutz, ganz, immer ein ganz großes Ding bei ihm, ähm, und der, der Mann hat, der Mann hat all das getan, was er in dieser Präsidentschaft machen konnte, mit diesem unglaublichen Senat, der alles abgeblockt hat, fast in seiner zweiten Amtszeit und trotzdem hat er diese, diese Sachen geschafft, die er geschafft hat, nicht alles, was er machen, machen wollte, weil er es halt einfach nicht konnte mit diesem Widerstand. Guantanamo ist halt auch so eine Sache. Genau. Übrigens, auch Trump sagt, Guantanamo bleibt offen, äh, ist ja, äh, Trump ist ja auch ein, ein Befürworter vom Waterboarding, also, äh, auf den Foltern und solche Sachen. Das ist ein Mann, der, der, der gesagt hat, er würde auch Familien foltern von den Flücht, von den Terroristen, weil die sind Rarschlöcher, das haben die doch verdient. Er würde die Familien Terroristen foltern, einfach aus Prinzip. Wie, 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 wie kannst du in irgendeiner Art und Weise, egal, solange der Gegenkandidat nicht Hitler ist, wie kannst du dann für ihn wählen? Es geht mir nicht in den Kopf. Das ist eine, das ist, ich glaube, das ist der erste Hitler-Hitler-Vergleich meines Lebens, der ohne Übertreibung daherkommt. Solange der Gegenkandidat von Trump nicht Hitler ist, wie kannst du für ihn wählen, bei all den Sachen, die er sagt? Wobei, wobei, ich finde, dieses Hitler-Ding, weißt du, das hattest du vorhin gesagt, wenn Hitler, äh, quasi in den Wahlkampf gegangen wäre und so weiter, mit dem, mit dem, äh, was er dann ja getan hat oder was, was das System im Grunde getan hat. Ja, aber das war ja mit dem philippinischen Präsidenten. Genau, ja, ja, aber ich meine, das, das ist so dieses, ähm, damals, das war auch ein anderer Kontext, wie Hitler an die Macht gekommen ist, mit welchen Wahlversprechen, in welcher Situation ist, ist, ist ja, hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was danach passiert ist. Genau. Sicherlich, so, und das, ähm. Deswegen nervt es mich, also, auch da ist ein Hitler-Vergleich durchaus angebracht mit, 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 mit Trump, so populistisch ich es auch anhören mag, aber die Situation, in der Hitler an die Macht kam und in der, und mit der, mit den Versprechungen und dem Kontext, den die an die Macht kam, ist sehr ähnlich. Und das kannst du dann noch so populistisch finden, das ist ein, das ist halt, ist, ist, ist halt historischer Fakt. Leider Gottes. Ja, ähm. Wenn ich nicht so Fan bin von diesen, weißt du, ja, ich, ich, aber ich weiß so, ich kann, ich kann verstehen, warum man von diesen Vergleichen kein Fan ist, weil das halt eben diese Leute sehr sofort in eine Ecke drängt und die sich in der Regierung fühlen, aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wo man sagt, du darfst diese Sachen nicht als Rassismus bezeichnen, weil wir doch keine Rassisten sind. Wir machen uns nur Sorgen. Und wir wollen einfach nur gehen als Establishment agieren. Das ist genau das, weil, äh, wenn du für Trump wählst, wählst du Rassismus. Du glaubst, du bist, vielleicht sehr wahrscheinlich glaubst du, dass du kein Rassist bist, weil du jetzt nicht auf die Straße gehst und sagst, ich hasse Schwarze. Nichtsdestotrotz wählst du jemanden, der ohne Frage offensiv für rassistische Politik steht und nix das ab. Das macht dich zum Rassisten. Und ich finde, das kann man auch immer... Wer Rassistisches tut, ist ein Rassist, egal ob du dich selbst für einen Rassisten hältst oder nicht. Ja, beziehungsweise in dem Moment, wo, wo jemand rassistische Dinge sagt, ähm, und ich meine, das ist, weißt du, dieses AfD-Ding, wenn so Leute, da gibt's ja auch diese, man kann nicht sagen, das sind alle Rassisten. Ja, aber in dem Moment, wo die, wo die Leute die AfD wählen und damit jemanden wie Bernd Höcke unterstützen, der sich hinstellt und in Rassentheorie vertritt und so. Ende der Diskussion. Ja. Das ist ein Rassist, ihr wählt eine Partei, Entschuldigung, ihr Mann wählt dann eine Partei, die Rassisten in der Partei duldet, damit ist, wählt ihr Rassisten. Genau. Und damit könnt ihr... Man kann nicht sagen, ja, aber in der SPD, da gab's mal den Volks, den Vorstand in dieser Partei, in der irgendwelchen, unserer Gruppe, der war auch mal rassistisch und sowas, kann's immer machen, aber es geht halt darum, dass das Teil der Führungsriege ist, dass das Teil der grundsätzlichen Parteiausrichtung ist. Und das ist ja hier ohne Frage der Fall, im Falle der Republikaner, im Falle von Trump, im Falle der AfD, im Falle von Hocke. Kam jetzt gerade heftiger aus mir raus, als ich wollte. Aber ich entschuldige mich für die Zeit. Warum? Ich weiß nicht, weil, ja, das ist doch völlig... Nee, es war gerade, ich hab mich gerade selber so ein bisschen überrascht, ich dachte, ah, das sind so Sachen, die ich eigentlich, wo ich immer denke, ah, das klingt dann so extrem, wenn man dann sagt. Ja, aber, das ist doch, das ist doch, jetzt ist doch der Moment gekommen. Ja, ja, du hast recht. Das ist genau das, was mich so ankotzt. Du darfst, bitte, ey, wir müssen da vernünftig drüber diskutieren, bezeichne mich nicht als Rassist, ich wähle den ja gar nicht wegen seiner rassistischen Eursorgung, sondern aus den anderen Gründen. Ja, wenn dir die rassistischen Eurungen so egal sind, dass dir die anderen wichtig sind und du den Rassismus akzeptierst als Demerscheinung, dann mach dich das vielleicht nicht zu einem Rassisten, aber zu einem verachtenswerten Arschloch. Dann können wir uns darauf einigen. Dann bezeichne ich dich künftig nicht als Rassisten, sondern als verachtenswertes Arschloch. Ist dir das lieber, dann können wir das so machen. Arschloch, das Rassisten unterstützt. Das ist für mich so frustrierend, diese Weigerung, sich dem zu stellen. Ja, diese, ich bin doch kein Rassist, warum sagst du? Das ist ja mega populistisch. Wie kannst du mich, wie kannst du mich sowas als sowas bezeichnen? Hast du gar keinen Charme? Das macht mich so wütend, diese Ignoranz. Ja. Und es wäre, es wäre in vielermaßen einfacher, wenn sie einfach sagen würden, ja, ja, also ich hasse jetzt keine braunen Leute, aber ich würde, wenn ich jetzt die Wahl habe, würde ich schon eher mich für die Weißen einsetzen. Weil das ist es ja. Also das wird schon vieles so viel einfacher zu akzeptieren machen, aber diese, dass man sich so sehr vor sich selbst steckt und nicht die Eier hat, sich selbst einzugestehen, egal ob Mann oder Frau, weil ich jetzt Eier gesagt habe, sich selbst einzugestehen, dass man diese rassistischen, sexistischen Ideologien vertritt, das ist halt so ein extra, eine extra Lage der Frustration, wird dem dadurch noch einmal gegeben. Das ist einer der absehbarsten Podcasts, die wir, glaube ich, je gemacht haben, aber das, ich glaube, das, ich glaube, es ist, wenn es nichts anderes, es ist ein für uns extrem interessantes Zeitdokument in zehn Jahren. Also wirklich, wenn wir das, wenn ich denke, Kinder werden irgendwann mal in dieser Schule über diese Wahl erzählt bekommen, egal in welchem Kontext, so wie man es jetzt fühlt, aber dass das in irgendeiner Art und Weise eine geschichtsrelevante Wahl wird, das steht, glaube ich, außer Zweifel. Und das zu haben, was dieses Gespräch von uns, diese sehr unmittelbare Reaktion darauf ist, finde ich schon ziemlich wertvoll. Ich sehe das auch gerade so ein bisschen als Belohnung dafür, dass wir diesen Podcast haben, wo wir einfach auch Freizeit opfern, wo wir halt auch Arbeit reinstecken. Wir gehen jetzt ja eigentlich gegen das Konzept, nämlich wir reden über Fragen, sondern es ist jetzt einfach für uns auch eine Möglichkeit, das zu besprechen und das irgendwie auch auf eine Art zu verarbeiten. Für mich ist es einfach gerade so ein Ding, ich weiß nicht, ob es dir unterhalten ist oder so, weil es wahnsinnig, also für mich ist es auch wahnsinnig frustrierend. Da sind jetzt auch innerhalb der letzten Stunde, in der wir darüber gesprochen haben, viele Sachen irgendwie dann aufgeteilt wurden, ja, fuck, ja. Und jetzt auch eben so dieser letzte Moment, man muss auch Sachen einfach beim Namen nennen können, ohne ein Gefühl zu haben, als würde man irgendwie das Niveau verlassen oder würde man Leuten Unrecht tun, das einfach auch mal sagen zu können und auch zu müssen, weil man muss auch mal Dinge beim Namen nennen können und diese Entschuldigungshaltung, man möchte ja auch niemandem Unrecht tun. Ich bin in der Mitte, ich bin nicht rechts, ich bin nicht links, ich bin auf keiner der beiden Seiten, ich bin nur, ich bin der Vernünftige dazwischen, als ob Leute, die eine Position einnehmen, nicht vernünftig sein könnten, als ob ich nicht vernünftig sein kann, weil ich einen Rassisten rassistisch nenne. Und dann mir von Leuten sagen müssen die, ja nee ey, du bist, jetzt hör mal auf so zu verurteilen, du baust da ja nur Mauern, das ist ja total gemein. Das ist, in der Mitte zu stehen und keine Position einnehmen zu wollen, weil jede Position die gleiche Relevanz und die gleiche Wichtigkeit und die gleiche Legitimität hat, das ist Blödsinn. Das ist für mich die absolute Blödsinn, wenn du aus einer, aus einer Apathie heraus, aus einer, aus dem fehlenden Willen mit Leuten zu diskutieren und auch zu streiten, dass du dann lieber sagst, nee, da hilfst du dabei, dass diese Position legitimiert werden. Das ist genau diese Sache, die dabei hilft, rassistische Standpunkte zu legitimieren. Das sind all die Leute, die sich selbst als liberal sehen oder sogar links sehen oder was würde ich sehen, die diese Dinge nicht beim Namen nennen wollen und stattdessen sagen wollen, nee, darüber müssten wir vielleicht sprechen und das dadurch zu einem bürgerlichen Standpunkt macht, dass die AfD nur zu einer bürgerlichen Partei wird, weil eben, nee, das ist vielleicht ja gar nicht rassistisch, sondern das ist ja nur besorgt. Nee, fuck you, wirklich. Das ist, du hilfst dabei, dass diese Dinge Legitimität finden. Und ich weiß halt für mich, dass ich irgendwie, glaube ich, immer so eine unbegründete Angst habe, dass ich dann… Leuten Unrecht tue. Ja, dass ich Leuten Unrecht tue und dass ich am Ende genau das mache, was diese Leute machen, mich verallgemeinern und Dinge auf simple Antworten runterbreche und dann damit irgendwie quasi das Ganze nur umgekehrt genauso mache. Aber ich glaube, wir haben jetzt eineinhalb Stunden drüber geredet oder eine Stunde. Ich glaube, wir sind, also wir haben da jetzt, glaube ich, viele Antworten auch drauf, also wir haben, glaube ich, gezeigt, dass wir jetzt nicht einfach zweimal sagen, ja, ist halt Nazi-Scheiße, tschüss, sondern schon uns vielleicht ein, zwei Gedanken dazu gemacht haben. Und ich glaube, wenn ich für mich das Gefühl habe, dass ich da informiert bin, und das habe ich, man mag mir widersprechen, mögen viele Leute mir widersprechen, aber ich habe das Gefühl, ich bin in diesem Punkt informiert. Da nehme ich mir das Recht raus, Dinge so zu nennen, wie ich sie, für was ich sie halt halte. Und wenn andere Leute sie nicht so beim Namen nennen wollen, das finde ich schwierig und das finde ich nicht gut. Okay, aber das dann halt, das bekomme ich ja auf Twitter immer öfter mit, dass dann halt Leute mich angehen deswegen, weil ich sowas sage, wie ich das denn machen kann, so zu verallgemeinern und wie ich das dann machen kann, Leute so zu bezeichnen, nur weil die besorgt sind. Das ist das, was mich, was mich, was mich sehr stört. Ich hatte da mal eine sehr ausführliche Diskussion mit einer Person wegen, aber die möchte ich jetzt nicht hier erneut wiederkeuen. Ich merke das ja für mich, dass ich tatsächlich solche Sachen in letzter Zeit gerne umgehe, dass ich irgendwie denke, wenn ich mich da einfach raushalte und dann irgendwie nicht jetzt irgendwie noch poste, Alter, das kann doch wohl nicht angehen oder das kann doch nicht angehen, weil diese Kommentare kommen immer, du hast immer Leute drunter, unter den, gerade so Twitter oder Facebook oder so, Facebook wäre ja noch schlimmer. Die dann irgendeinen Scheiß drunter schreiben und wo ich dann immer abwäge, ey, antworte ich da jetzt drauf ein oder ist es einfach jenseits von, da passiert auch nichts mehr dran. Das ist einfach, also im Internet sagt man, es ist ein Troll oder schon so eine überzeugte, gefestigte Meinung, dass es mir da überhaupt nichts bringt, jetzt irgendwie argumentativ auf eine Diskussion irgendwie einzugehen. und dann im Zweifelserlehrer sei ja, das schreibe ich jetzt nicht zu oder so. Und das muss ich auch bei dir tatsächlich einfach mal sehr lobend erwähnen und es ist wirklich sehr ganz ernst gemeint. Ich finde das sehr beeindruckend, dass du, und du machst das ja auch nicht erst seit gestern, sondern das ist ja wirklich schon seit einiger Zeit und auch mit einer relativ, ich weiß nicht, 7.000, 8.000 Leute oder was, was du da hast und so. Also wirklich auch eine gewisse Reichweite, wo man eigentlich damit rechnen muss, dass du immer, egal wenn du zu diesem Thema deine Meinung sagst, immer auf solche Leute triffst und du dir wirklich aber dann auch sehr oft, wie ich das mitkriege, eben auch die Mühe machst, in Dialogen mit diesen Leuten zu treten und die meistens sehr schnell entlarvst und da auch einfach dann deine Meinung vertrittst und dafür Fakten lieferst und versuchst mit diesen Leuten zu reden. Jetzt nicht belehrend oder so, sondern einfach sagst, ey, so das und das und das und wenn dann eben dieses Ja-Aber kommt, dann fragst du ja, warum? Naja, ich mach das aber schon jetzt nicht auf die, okay, erklär mir mal kurz wieso, sondern ich mach das schon auf eine sehr selbst, also das ist halt das, wo ich auch die Kritik, also wenn, ich bin da halt sehr meinungsstark und wenn mir dann jemand, wenn ich dann sowas sage und mir sagt jemand, ey, der ist doch gar nicht rassistisch, dann sage ich halt nicht, ach, wieso glaubst du das denn? Sondern sage ich so, Alter, denk doch mal drei Sekunden nach, hier ist, und dann hau ich halt die Links. Und das mag halt Leuten nicht gefallen, aber... Nee, aber weißt du, ganz, ganz blöd gesagt, wenn die Leute so wären wie ich, die dann sagen, ja nee, da halte ich mich raus, weil ich hab keine Lust auf Stress und möchte die mich auf den Fuß treten oder sonst, dann hast du solche Leute, die das Internet mit Meinung überschwemmen, die eigentlich indiskutabel sind und du hast aber keine Gegenmeinung dazu, weil die Leute dann sagen, ja nee, entweder ist mir das zu blöd oder ja, das ist ja seine Meinung oder so, da kann ich ja nichts gegen sagen. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass es eben Leute wie dich gibt, die dann einfach sagen, ey, Freunde, wir brauchen nicht drüber diskutieren. Wenn er das und das und das gesagt hat, dann ist er ein fucking Rassist, Ende der Diskussion. Und deswegen, an der Stelle, weil es mir nur gerade so einen Sinn gekommen ist, weil manchmal bin ich dann auch genervt, auch ganz ehrlich. Ja, weiß ich, ja. Kommt Robin wieder, er hat wieder das verlinkt und er weiß auch ganz genau, was passiert, aber gleichzeitig nötigt mir das auch wirklich Respekt ab, weil du weißt ja, was passiert. Du bist ja nicht so naiv zu glauben, dass da die Leute so, endlich sagt nur einer, sondern das, das da. Ach so, ja Robin. So, sondern du weißt ja, was da auf dich zukommt und das ist, das ist ja auch, de facto ist das ja einfach Stress, weil, also zumindest wenn ich von mir aus gehe, ich reg mich jeder, ich hab immer so eine Welle, wenn ich dann so einen Kommentar hab, merke ich wirklich, wie sich das in mir aufbaut. Ja, in mir auch. Und dann hab ich immer so den Impuls, dann irgendwie sofort zurückzuschreiben, du Pimmel. Und mach ich dann aber nicht, weil ich dann irgendwie doch nochmal kurz irgendwie drüber nachdenke und dann sage, das ist dann die Weisheit des Alters. Das wahrscheinlich, oder des Internets, ich weiß es aber so. Und deswegen an der Stelle, auch gerade in diesem Kontext, finde ich es halt sehr wichtig, dass es eben Leute gibt, die sich diesem Stress und diesem Scheiß halt aussetzen und eben da auch eine Art von Arbeit leisten, die ich wichtig finde, weil gerade in diesen... Na, sowas würde ich jetzt nicht geben, weil ich bin ja kein Politiker, der sich engagiert. Nein, aber du hast eine Reichweite, die eben auch viele junge Leute umfasst. Und da sind eben auch viele Leute, die einfach vielleicht noch nicht an diesen Punkt gekommen sind, wo sie sich selbstständig in dieser Richtung Gedanken machen, sondern die lesen vielleicht irgendeinen Kommentar, wo einer schreibt, wenn die Ausländer alle nach Deutschland kommen, dann nehmen die uns unsere Arbeitsplätze. Die nehmen das dann so hin und recherchieren das, sondern nehmen das einfach so auf. Und da ist es halt wichtig, dass sie eben auch, wenn sie halt Fans sind oder einfach die Sachen gut finden, die du im Videospielbereich machst, dann eben auch eine Meinung lesen, die eben ganz klar einen Standpunkt vertritt, die dann eben auch gegen solche Meinungen geht. Und jemanden haben, der dann nicht einknickt und dann sagt, ja, wenn das deine Meinung ist, sondern dann sagt, nein, fick dich, so, so und so. Und unter diesem Aspekt finde ich das eben wichtig, dass du jetzt nicht im politischen Bereich als einziger Sachen sagst, die sich niemand in dieser Politik... Das ist eine andere... Also das meine ich ja gar nicht, aber so. Wo wir Hooked gegründet hatten, gerade irgendwie zwei Monate oder sowas, habe ich komplett wieder vergessen, habe ich eine Mail von den Grünen bekommen, von irgendeinem Ortsverein der Grünen in Berlin, die mich gefragt haben, ob ich da als Redner bei einer ihrer Veranstaltungen auftreten will, irgendwas mit Digitales, irgendwas und da halt eine Rede halten und ich war so, was? Ich habe da einfach nicht geantwortet zu dem Zeitpunkt. Robin versus die Grünen. Ja, das war auch, das war wirklich kurz nach der Gründung, da waren wir so im Stress, es war auch gar nicht möglich, da irgendwelche Gedanken zu verschwenden, irgendwas, was nicht Arbeit war. Heute würde ich da zweimal drüber nachdenken und ganz unabhängig, ob es jetzt die Grünen wären oder die SPD oder die Linken oder vielleicht sogar die, wahrscheinlich so, also wenn nämlich jetzt die CDU zu dem Event erladen, würde ich da hingehen. Wenn sie dich nicht einladen und sagen, können sie nicht mal vortreiben, warum sie die CDU so gut finden, sondern wenn es einfach um was Neutrales geht. Also ich, da habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen verändert, da würde ich wahrscheinlich heute ein bisschen anders reagieren. Aber ja, danke, danke, danke für diese Worte. Ist mir in dem Kontext, ist es, glaube ich, auch mal wichtig, finde ich, das mal so zu sagen, weil das ist mir auch schon länger mal so im Hinterkopf geblieben und wenig Zeitpunkte gefunden, das dann mal auch so zu kommunizieren und ich finde, jetzt ist es eigentlich ein ganz schöner. Darf ich dann mal kurz, wenn wir dann gerade dabei sind, kennst du KuchenTV? Ja, kenn ich. Was ist das für ein Typ? Der ist schon auch sehr jung. Ich kenne ein Video, aber der ist auch nicht 15, der ist irgendwie 20 oder so, oder? Ja, aber das ist trotzdem noch sehr jung für viele Leute. Ja, das ist aber alt genug, um kein totaler Vollidiot zu sein. Ich habe nur ein Video von dem jetzt gesehen, irgendwie vor einer Woche, wo meine Empfehlung war, aus Gründen, die ich nicht verstehen kann. Na, das war übertitelt mit, äh, ich wurde wegen Volksverhetzung verklagt, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, also als er das gelesen hat, dachte ich mir so, hm? Ich bin interessiert daran, was der Inhalt dieses Videos ist, wie er das, weil ich kannte den Namen. Ich wusste jetzt nicht, ich hatte im Kopf, dass es einen Typen gibt, der KuchenTV heißt und dass das irgendein Typ ist, dessen gesamter Content ist, ich beleidige Leute und ich bin quasi Juliens Blog-Innen noch ein bisschen aggressiver. Oh. Ne? Ne, also nicht, wie gesagt, ich habe den nie wirklich aktiv mitbekommen. Also, das war gut. Also, erst mal das, dann sag ich gleich was dazu, ja. Dann habe ich das Video gesehen, wo er halt wegen Volksverhetzung tatsächlich nicht nur angeklagt wurde, sondern verurteilt wurde, wegen solchen Sachen, ja? Ich überlege, ich erinnere mich dunkel dran, aber wenn du noch weißt, was da genau passiert ist. Das war wegen einem Judenwitz und der lautete, den halt auf Twitter postete, das ist der Unterschied zwischen Pfadfindern und Juden, die Pfadfinder kommen irgendwie wieder nach Hause oder kommen wieder zurück von der Offizie waren, irgendwas so in diesem Sinne und dann war es halt noch irgendeinfach ein ganz, ganz simpler antisemitischer Spruch, was jetzt auch keine Witzestruktur hatte, war einfach, scheiß Juden, verbrennen sie, so. Ähm, und deswegen wurde halt wegen Volksverhetzung angeklagt und verurteilt. Genau so, wie das Gesetz das vorsieht. Und dann sitzt dieser, 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 dieser junge Mann, der, wie gesagt, keine 14 ist, sondern 20. Und ja, man ist was, nur mit 20, ist bei mir jetzt aber auch keine 15 Jahre her. Ich weiß, wie es ist, wenn man 20 ist. Da mag ich auch noch ein paar andere Einstellungen gehabt haben, aber auch da wäre ich jetzt nicht, auf Twitter hätte er gesagt, lass mal ein paar Juden vergasen. Hahaha. Es gibt solche und solche. Ähm, ja, genau. Aber die solchen kann man ruhig... Er ist, er ist ein solcher, ja. Genau, aber das muss man dann ruhig auch schon mal erwähnen. Ähm, und dann, und dann hat er einen Typ in diesem Video und hat halt keine Ahnung von nichts. Die, er sitzt dann da und, ja, weiß nicht, Anwalt habe ich mir halt nicht besorgt, weil ich dachte, das ist nicht so wichtig. Äh, ja. Und dann habe ich, also muss ich sagen, wie dumm ist das denn? Das ist doch so dumm. Das ist doch ganz klar Meinungsfreiheit. Äh, nee, Entschuldigung, das ist hier Kunstfreiheit. Ist doch ganz klar. Also, muss ich auch mal zu dem Richter sagen. Wie dumm ist das denn? So geht das Video so 10 Minuten lang. Mhm. Wo ich halt davor sitze und mir denke, ach, ist, also okay, vielleicht ist er einfach einer, der einen schwarzen Humor hat und nicht weiß, wie er den zum Ausdruck bringen soll und dann einfach sehr simpel gestrickt ist. Vielleicht, wenn ich mal einen guten Willen haben will, dann gucke ich es auf seinen Twitter-Feed und eine der ersten Sachen, die ich sehe, ist ein Poster mit verschiedenen, also oben links ist ein Symbol für männlich-weiblich und dann gibt es ja noch für verschiedene Geschlechteridentitäten noch ganz viele andere, äh, verschiedene Symbole. Und das war halt so ein Poster, wo all diese Symbole aufgelistet waren und oben links das, äh, Symbol für männlich-weiblich war grün eingekreist, da drüber stand Geschlecht, alle anderen Geschlechte waren rot eingekreist, da drüber stand Krankheit. Muss ich dazu noch was sagen? Keine Point. Muss ich dazu noch was fucking sagen? Und dann sehe ich halt Leute, die dann da, und er sitzt dann da in diesem Video und beklagt sich darüber, dass Leute ihn, dass, dass Leute das glauben würden, dass er wirklich so ist. Er wollte sich doch nur lustig machen über all die Nazis. Und ganz ehrlich, es ist ja immer irgendjemand beleidigt. Wenn ich jetzt nur mal sage, dass es Mann und Frau gibt, sind ja schon Leute beleidigt. Was ist das eigentlich für ein Punkt? Alle sind immer beleidigt. Und dann sehe ich so ein Poster, wo er einfach hetzt gegen Transsexuelle, gegen alle, die nicht sich selbst altmännlich oder als weiblich identifizieren, sondern alles, was dazwischen ist, wo ich mir dann, was nicht entschuldbar ist, wenn du 20 bist. Du bist alt, du bist da keine 14, du bist nicht mehr in der Phase, wo du dich dahinter verstecken kannst, dass du ein Kind bist, sondern du hast, du bist ein erwachsener Mensch. Und da kannst du dumme Sachen machen, du bist noch pubertär, meinetwegen mit 20 Jahr, du kannst dich in gewissen Weinen dahinter verstecken. Aber bei sowas musst du so aggressivst dumm sein oder eben ideologisch so komplett verschoben, um das mal wieder in den nettestmöglichen Worten zu sagen, dass das absolut nicht mehr entschuldbar ist. Und das gerade in diesem aktuellen Klima zu bringen und sich dann da hinzusetzen und mit den ganzen zwölfjährigen Fans, die der hat, dann zu sagen, oh ja, weiß ich nicht, ist doch ganz normal, ist doch nur lustig gemeint. Diese Verantwortungslosigkeit hat mich so unfassbar wütend wieder gemacht. Ich muss mich gerade jetzt wieder zusammenreißen, um nicht sehr emotional zu werden, weil ich das so indiskutabel finde. Das ist zusammenreißen für dich. Ja! Ich will so gerne mal, dass du ausrastest. Ich schneide es auch danach raus. Wenn ich ausraste, bekomme ich mega Tränen in den Augen, weil das ist bei mir, wenn ich emotional werde. Ich weine dann nicht, aber immer, wenn ich sehr emotional werde, der Mats muss übrigens die ganze Zeit ein bisschen den Ton einstellen. Ich bin ein bisschen runtergepinkt jetzt, ja. Falls ihr euch wundert, warum meine Tonqualität sich irgendwie ein bisschen ändern sollte. Wenn ich emotional werde, sei es traurig oder wütend oder fröhlich, kommen mir Tränen. Und das heißt nicht, dass ich dann weine, aber mir kommen einfach Tränen, wenn ich extrem emotional werde. Deswegen gerade, als ich kurz über diese Schwester gesprochen habe, kam mir tatsächlich kurz Tränen. Aber da stehe ich auch jetzt gerade wieder kurz zuvor, weil mich diese unglaubliche Verantwortungslosigkeit auf seiner Seite und die unglaubliche Verantwortungslosigkeit auf all der Leute, die diese Videos gucken und sie nicht verurteilen, sondern sie verteidigen, als irgendein Jugendlicher, der halt Sachen sagt oder Meinungsfreiheit oder, ach ja, der macht halt Witze mit schwarzem Humor, das finde ich so verachtenswert. All die Leute, die das so verteidigen, finde ich fast genauso verachtenswert wie diesen Typen, der all das verkörpert, was diese Zivilisation aktuell für mich so vergiftet. Da kann ich je nach deiner Meinung zu Julien's Blog gerade... Darf ich kurz, falls irgendjemand das in den Typen verlinkt, dich haret. Jetzt... Jetzt kommt mit einem... Aber pass auf, der legt es darauf an. Der legt es auf genau solche... Das glaube ich nicht. Doch, also das Ding ist, ich habe schon ein paar mehr von seinen Videos gekauft, auch schon ein paar Jahre her. Der macht das ja nur auch schon länger und sein Konzept ist ja wirklich so, und das geht in Richtung Julien's Blog, nämlich diese Kanalzerstörung nennt er das, also Kanalanalysen und da nimmt er sich auch wirklich viele von diesen Vollidioten vor, die absolut unterirdischen Content machen, 100.000 Apo-Rats-Fans irgendwie haben und Schuhe auspacken und irgendeinen Scheiß machen und sich dabei geil fühlen und völlig den Realitätsbezug verloren haben. So, die nimmt er sich halt vor und analysiert in Anführungszeichen das nach seinen Mitteln und die sind halt auch begrenzt und disst die dann, so sagen wir im Internet, und zerstört sie dann. So, und der ist halt jemand, der diesen schwarzen Humor, diesen satirischen schwarzen Humor, auf den sich Julien ja auch gerne bezieht, der ja auch bereits verurteilt ist wegen Volksverhetzung, indem er sein, ich glaube das war mit der Bahn, dann gesagt haben alle Bahnführer, weil die irgendwie gestreikt haben, sollen ins KZ fahren, so sinngemäß, irgendwie so ein Scheiß war das und dafür eben auch verurteilt wurde so und in diese Richtung geht eben dieser KuchenTV auch. Das sollen sie machen, das finde ich furchtbar genug, aber das entschuldigt, also das gibt eben doch keinen Freiberief dafür, gegen Geschlechteridentitäten zu hetzen, die nicht sein, Neandertaler Vorstellungen entsprechen. Das kann doch nicht sein, dass ich dann nicht mehr sagen kann, du bist ein verachtenswertes Arschloch, wenn du da hetzt, wenn du dein riesiges Publikum nutzt, von jungen Menschen und wenn du das dafür nutzt, auf diese Art und Weise, wie kann man das machen? Das Ding ist, also ich werde es mir so oder so einhandeln mit dir, weil das Ding ist, Ey, ich bin, glaub mir, ich bin grad so wütend bei so vielen Leuten, du kannst, du bist da überhaupt gar nicht. Ich bin ja, nee, nee, ich will auch gar nicht, weil. Ich weiß ja auch, dass du keinerlei dieser, keine dieser Ideologien vertrittst. Genau, weil du mich kennst. Das Ding ist, wenn man den ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass er diese Leute, die sowas ernsthaft verbreiten, ebenso abgrundtief hasst. Nur. Geschlechter, Geschlechteridentitäten hundertprozentig nicht, weil in diesem Video mit seinem Volksverhetzung, da droppt er das halt so nebenbei. Ich darf jetzt da nicht mehr mal sagen, dass Mann und Frau Mann und Frau ist. So, das ist grad das aktuelle Beispiel, an dem ich mich aufhöre. Okay, da weiß ich, weil ich guck dir nicht regelmäßig, um Gottes Willen, ich hab früher so ein paar Sachen geguckt, aber so Sachen, also der, der, der sagt auch sehr deutlich, was er von Rassisten hält, was er von verdummenden Content, wie eben so ApoRed und Co., also einfach so, so, so RTL2, was auch. Ich muss kurz wieder reingrechtschen, tut mir leid, aber das macht ihn genau zu dem Gleichen, weswegen Trump grad groß wird. Du haust immer so aufs Ding, wenn hier so eine Quasche ist. Ich weiß, weil ich sehr wütend bin, dass er Rassistisches sagt, aber nicht als Rassist bezeichnet werden will, weil das ja nur witzig gemeint ist. So, genau. Das ist kein Grund, das ist keine Ausrede. Wenn du deine, 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 eine rassistische Ideologie vertrittst, die so, die du so gewissenhaft vertrittst, dass das, dass das Annehmen, also, indem du Witze, ja, ich weiß, was du sagen willst. Es ist ein Unterschied zwischen ihm und einem Seder so Mundschuh. So. Das ist, das ist, was ich auch versuche zu sagen. Nicht jeder, der jetzt einen rassistischen Witz macht, ist, ist dadurch automatisch ein Rassist, aber wenn dein gesamtes Konzept darauf fußt, dass du ausschließlich gegen Minderheiten rassistisch agierst, um dann zu sagen, aber ich bin doch rassistisch, ich bin doch, ich bin doch so rassistisch, das kann mir doch keiner ernsthaft abnehmen. Das ist, das ist keine fucking Entschuldigung. Wenn du Rassismus als Teil deiner Comedy, deiner, deiner Routine benutzt, dann setz dich verdammt nochmal hin und denk drüber nach, was deine Aussage ist, dann denk drüber nach, was du damit aussagen möchtest und dann mach was, wie Seder so Mundschuh, dann hab ein Ziel mit deinen Aussagen, die eine andere ist als, ha, ich mach jetzt möglichst viele Leute wütend. Ich wollte nur sagen, dass das aber genau sein Argument ist, zu sagen, Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich das nicht ernst meine, dass das alles nur schwarzer Humor ist. Leute, die Donald Trump kennen, wissen, dass er kein Rassist ist. Das glaube ich nicht. Doch, das sagt er ständig und alle Leute, die ihn kennen, sagen auch, ich kenne ihn, er ist kein Rassist. Nenn mir drei. Guck dir, guck dir. Selbst seine Frau. Oh, nee, ist egal. Nein, guck, deine Frau sagt auch, mein Mann ist kein Rassist. Der hat auch keine Frau bei seiner Pussy gegrabt. Ja. Das ist alles. Aber das ist genau der Punkt. Ja. Wenn du. Ich weiß auch gerade nicht mehr, was ich noch zu KuchenTV sagen wollte. Diese zwei Bier sind es übrigens auch. Ich habe noch nichts, ich habe einen Toast gegessen und zwei Bier in den Toast und ich halte nicht viel aus und das lockert vielleicht auch gerade meine Zunge, aber ich bin nicht unglücklich drüber, weil das ist gerade auch ein bisschen. Mal gucken, wie du. Wir haben das Ding, wie gesagt, wir nehmen das ja am Mittwoch aus, direkt nach der Wahl. Wir haben jetzt ja bis zum Sonntag Zeit. Ich bin mal gespannt, wann diese Mail von dir kommt. Du, ich weiß nicht mehr so richtig, was ich da gesagt habe. Also ich bin ja nicht betrunken. Nee, das würde das auch mehr sehen. Das würdest du auch hören. Wir machen da irgendwann mal, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig noch nie so richtig betrunken erlebt. Vielleicht machen wir irgendwann mal, wobei ich ja auch immer nicht so Fan bin von Alkohol in solchen. Dafür hast du das auch schon sehr oft vorgeschlagen. Ja, weil... Nee, ich bin auch dabei. Aber ich würde ja gerne so ein David Cage Spiel spielen mit so kurzen Trinken oder sowas. Kuchen TV, Julians Blog und so ein Kram, das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Ich finde es aber eigentlich fast ganz angenehm, dass es jetzt gerade nochmal in so eine Richtung gegangen ist, weil wir, ich finde, wir lockern gerade dieses sehr ernste Ding so ein bisschen auf, aber... Ja, diese Leute pflügen in ihrer Missguided im Englischen, wie nennt man es im Deutschen? Missgeleiteten? Fehlgeleiteten. In ihrem fehlgeleiteten Versuch, lustig zu sein, pflügen sie den Boden für Leute wie Trump und die Leute, die ihn wählen. Das Ding, genau, das ist das Ding, der Ansatz, oder sie können ja durchaus davon überzeugt sein, dass damit, dass sie das alles mit einem schwarzen Humor verbreiten, dass sie damit ja diese Dinge thematisieren und deswegen irgendwie Wissen säen oder Leute vernünftig machen, aber da sind eben auch sehr viele Leute drunter, die das dann eben lustig finden aus Gründen des Rassismus, weil sie überzeugt sind, das, also vielleicht auch unbewusst, das ist ein großes Problem und ich glaube, diese Leute sind sich ihrer Reichweite und eben auch der Bedeutung einfach nicht bewusst. Aus irgendeinem Grund sehen sie die komplette Entfernung dieses Filters, den wir haben, als einen Fortschritt an. Ich sage einfach all die Witze, die ich mit meinen besten Freunden bei drei Flaschen Bier beim Filme gucken mache. Im Keller. Im Keller. All die mache ich einfach immer. Im Internet zu allen. Ey, wenn du hörst, was ich mit meinem besten Kumpel, den ich seit der ersten Klasse kenne, was ich mit dem alles für Witze mache. Im Privaten und da ist ja der Unterschied. Im Privaten. Weil ihr beide euch kennt. Weil wir beide uns kennen in- und auswendig. Ey, es gibt ein Video, was wir zu Giga-Zeiten gemacht haben, wo wir mit Hitlerbärtchen dieses Günther Jauch, du bist Deutschland-Video, glaube ich, parodieren war das, glaube ich. Das wäre schon heute etwas, wo ich heute nicht mehr, also da würde ich heute nicht mehr hinterstehen. Oder da stehe ich heute nicht mehr hinter. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Aber ich finde das jetzt auch nicht richtig furchtbar. Ich weiß gar nicht, was jetzt mein Punkt war, aber das ist mir gerade irgendwie eingefallen. Ich wollte es nur schon mal vorgreifen, falls jetzt Leute schon... Ja, vielleicht war es einfach nicht vor. Ich hatte, glaube ich, gerade einen Punkt, wo ich damit angefangen habe, habe ich gerade vergessen. Aber mein Punkt ist, also was ich eigentlich sagen wollte, dieser Filter. Ja, komm, Entschuldigung, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte den eigentlich irgendwie in diesem Argument drin, aber dann leider... Zwei Bier und wir sind an dem Punkt bei den Dingen. Also eigentlich wollen wir sagen. Nein, nein, weil dieser Filter, den du und den wir haben, wo wir nicht alles, was wir zu unseren besten Freunden sagen würden, weil die uns sehr gut kennen und uns verstehen, dass wir das nicht alles rausschreien. Das ist keine Schwäche, das ist keine Angst, das ist eine soziale Norm, die es gibt, weil du, weil diese anderen Leute, also durch soziale Netzwerke, du so viele Leute erreichst, die dich eben nicht kennen und von denen du nicht erwarten kannst, dass die alle das verstehen. Und erneut, also ich als jemand, der jetzt nicht der beste Freund von KuchenTV ist, ja? Ja, also ich finde, es ist mir sehr schwierig vorzuwerfen, dass ich mir diese Meinung zu ihm gebildet habe. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gemütliche Einstellung zu sagen, ich bin doch gar kein Rassist. Wie kannst du mir das, wie kannst du das alles behaupten? Das ist doch schwarzer Humor. Genau. Ich finde, es ist eine sehr, da macht man es sich extrem einfach, weil wenn jeder einfach nur alle, wenn jeder ohne irgendeinen Filter alle unglaublich diffamierenden, rassistischen Beleidigungen, Vergleiche, Witze machen kann, also wo hört dann das Verurteilen des echten Rassisten auf und wo fängt dann das Lachen über den unechten Rassisten an? Das ist, wenn Lutz Bachmann, der jetzt ja keine Veranstaltung mehr anmelden darf, einfach nach jedem Satz dann sagst du, LOL, Satire. Lutz Bachmann glaubt nicht, dass er ein Rassist ist. Nee. Und ich bin mir ganz sicher, dass KuchenTV auch weiß, dass er kein Rassist für sich ist. Ich persönlich weiß nicht, ob er ein Rassist ist, weil seine eigene Meinung ist für mich irrelevant. Ob du für dich glaubst, dass du ein Rassist bist, ist völlig irrelevant, ob du einer bist. Wenn du dich einer verhältst, warum auch immer. Das ist, was so viele Leute nicht verstehen. So viele Leute glauben, ich kann nur ein Sexist oder ein Rassist oder homophob sein, wenn ich selbst von mir weiß, dass ich Rassist oder Sexist oder homophob bin. Und das ist Blödsinn. Das ist ganz, einer der Grundpfeiler des Rassismus ist, dass das eine in die Gesellschaft integrierte, ein integriertes Problem ist, dass viele Leute einfach in sich integriert haben, ohne dass sie es wirklich bemerken. Ich glaube, ich habe auch schon Witze gemacht und mache auch aktuell noch Witze, wo einzelne Gruppen sich beleidigt fühlen könnten. Ich glaube, das ist durchaus okay, wenn es halt nicht dein ganzes Spektrum ist. Wenn es einen Kontext hat, da sind wir wieder bei Serdar Sumuncu. Der sagt Dinge, die einzelne Gruppen beleidigt. Absolut. Aber es ist in einem Kontext. Und es ist nicht das Einzige, was er ist. Und es ist kein Selbstsektrum. Aber kann ich das theoretisch bei KuchenTV nicht auch anbringen? Sagen, naja, er hat das ja in einem Kontext gesagt. Welchen Kontext war das? Im Kontext der Kunstfigur von KuchenTV. Das ist für mich kein relevanter Kontext zu sagen. Das ist allgemeine Kunstfigur. Aber das ist bei Serdar Sumuncu doch genauso. Ja, natürlich. Aber er macht das ja nicht einfach. Seine Kunstfigur ist ja nicht, ich bin jetzt endlich rassistisch, weil ich sagen kann, das ist eine Kunstfigur. Sondern sie hat ja einen Zweck. Er hat ja eine Aussage dahinter. Weißt du? Ja, ja. Seine Aussage ist ja nicht, haha, über Juden kann man sich gut lustig machen. Sondern seine Aussage dahinter ist, man kann sich über alle lustig machen. Man muss. Gleichermaßen. Bei KuchenTV ist es nicht so, dass ich da großen Zweck hintersehe, wo er das Beleidigen von Minderheiten sich zunutze macht, um eine viel größere, um eine gewisse, jetzt fällt dir wieder das deutsche Wort nicht ein, Hypocrisy, um Heuchler? Um eine gewisse Heuchlerei in der Gesellschaft irgendwie zu verdeutlichen, wie das er da so im Mund schon macht. Sondern bei ihm ist der Judenwitz der Judenwitz. Und der steht für sich. Und der soll nicht lustig sein wegen dem Kontext, in dem er steht, sondern der soll lustig sein, weil er lustiger Judenwitz ist. Oder nicht? Oder würdest du mir da widersprechen? Dafür müsste ich mich jetzt noch mal mit KuchenTV beschäftigen. Also ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, dass ich ihn als Gesamtkunstwerk, wenn man es jetzt einfach mal so nennen möchte, auf YouTube, diese Kunstfigur KuchenTV. Er hat sich das nicht verdient, dass wir ihn als Kunstfigur in seiner Gesamtheit analysieren müssten. Da bin ich jetzt ganz radikal und sage, für mich reicht es nicht zu sagen, ich mache jetzt als Kunstfigur rassistische Witzel. Nein, ich weiß nur nicht, ob er wirklich ein Konzept dahinter hat, also dass das erkennbar ist, weil ich mich damit einfach zu wenig mit dem, was er produziert, beschäftige. Also wenn ich jetzt mal kurz von diesem, ich wurde verklagt wegen Erfolgswitzung, wie du ausgehen darf, das wirkte jetzt nicht wie ein junger Mann, der einen großen Masterplan hatte, um die gesellschaftlichen Probleme aufzudecken, sondern das wirkte wie einer, der irgendwann mal einen rassistischen Witz gehört hat. Das ist aber ganz, da traut sich ja keiner, das ist aber lustig. Darf man das? Und dann halt das als sein ganzes Spektrum aufgebaut hat. Ich glaube auch, dass er das aus anderen Motivationen heraus tut, sondern einfach, weil es Aufmerksamkeit generiert. Und das ist ja genauso schlimm, weil da eben kein Konzept dahinter ist, das man irgendwie dann vertreten kann. Nur ist ja das so ein Mundschub, wo man sagt, ja, da steckt ein Konzept hinter und er thematisiert diese Dinge auf eine Art und Weise, um eben das große Ganze sichtbar zu machen. Das ist, glaube ich, bei ihm auch nicht bei KuchenTV, sondern da hat es einfach diesen Zweck von, ich generiere Aufmerksamkeit. Ja, es ist eben der Selbstzweck. Es ist dann da der Selbstzweck. Von daher, okay, kann ich akzeptieren, aber ich bin einfach mit der Person ansonsten nicht warm genug, als dass ich da irgendwie groß und so weiter und so fort. Ich muss wahnsinnig aufs Klo. Okay. Es tut mir leid, auf eine Art und Weise, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir jetzt an der Stelle so langsam... Wie lange laufen wir? Also, wie lange haben wir jetzt mit aufgenommen? Wir haben unsere Mindestzeit erreicht. Echt? Oh, Jesus. Bei 90 Minuten sind wir auch schon ein bisschen drüber. Es tut... Nee, eigentlich tut es mir nicht leid. Nee, also auf gar keinen Fall. Mir tut... Nee, nee, nee. Ich möchte nur sagen, wir sind unsere... Von dem, was ich am Anfang gesagt habe, wir beantworten eure Fragen, wir reden über eure Themen. Dem sind wir in dieser Ausgabe nicht gerecht geworden. Wir nennen es irgendwie Razzian Spezial oder so. Irgendwie sowas. Ja, also das ist jetzt einfach die Folge. Vielleicht wird sich diese Art der Folge nicht so schnell wiederholen. Ja, hoffentlich. Ich glaube auch, ich wollte gerade sagen, das war jetzt gerade mein Ansatz. Aber ey, wenn es nochmal, sei es vielleicht auch aus positiver Sicht etwas gibt, was uns so krass mitnimmt, weil, wie gesagt, das hat mich jetzt mitgenommen auf einer internationalen kulturellen Ebene wie, glaube ich, noch nie etwas, dann würde ich mir das Recht rausnehmen, dass wir das durchaus nochmal machen, weil das ist mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, mir auch. Mir hat es auch, finde ich, glaube ich, ganz gut getan, weil wir einfach nochmal so ein bisschen... Es hat nicht unbedingt alles verwässert. Ich gehe jetzt nicht hier raus und sage, ach, eigentlich ist gar nicht so schlimm, was passiert ist. Sondern ich sage, doch, es ist schlimm. Irgendwie, also mir geht es gerade ein bisschen besser. Ja, einfach, dass man es mal rauslässt und formuliert und das auch so ein bisschen auseinander nimmt und auch mal sagt, was man denkt. Diese extreme Traurigkeit hat sich in ein bisschen gerechte Wut gewandelt. Das ist ein sehr viel besseres Gefühl. Und da hoffen wir jetzt, dass die Wut, die sicherlich auch viele Wähler in den USA jetzt haben, sich nicht in gewaltsamen Protesten entlädt, sondern dass das alles noch im Maßstab einer funktionierenden Demokratie abläuft, weil das gehört halt auch dazu, so blöd es irgendwo ist, dass wir an diesem Punkt sind. Aber die Lösung darf nicht sein, dass man diese Wahl, die, wenn sie dann, und davon gehen wir jetzt erstmal aus, nach den Regeln und in den Richtlinien abgelaufen ist, da muss man das Ergebnis so akzeptieren. Man muss hinterfragen, warum es zu diesem Ergebnis gekommen ist und sich da eben letztendlich dann auch die Erkenntnisse rausziehen und schauen, was man jetzt besser machen kann. Es werden definitiv sehr interessante Jahre, die wir jetzt erleben werden. Mich würde ehrlich gesagt nichts wundern, also auch wenn wir vielleicht in einem halben Jahr schon wieder vor einer Wiederwahl stehen aus Gründen, kann ich mir auch durchaus mittlerweile vorstellen. Es wird also auf jeden Fall interessant, spannend, aber es ist erstmal nach wie vor ein Tiefschlag, den ich da oder den wir da verpasst bekommen haben. Und wenn ihr euch einer Geschlechteridentität zugehörig fühlt, die vielleicht nicht dem Mainstream entspricht, wenn ihr schwul sein solltet, wenn ihr lesbisch sein wollt, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise euch selbst einer Gruppe zugehörig fühlt, die euch von diesen Leuten, sei es nun auf einer großen politischen Ebene wie Trump oder auf einer kleinen alltäglichen Ebene wie KuchenTV, irgendwie auf alltägliche Art und Weise angegriffen fühlt und in eurer Identität angegriffen fühlt, dann wisset, dass es durchaus andere Leute gibt, die das vielleicht nur nicht so laut hinausschreien. Ich schreie halt nicht so laut auf meinem Twitter heraus, ey transsexuell zu sein ist genauso cool wie nicht transsexuell zu sein, wie KuchenTV herausschreit, dass das total unnormal und krank ist. Und das tut mir vielleicht leid, weil man das vielleicht öfter machen müsste, das weiß ich nicht, aber deswegen nutze ich jetzt die Chance, wenn man das einmal zu machen. Und genau das ist auch der Grund, ich kann mal kurz alles andere aus, was ich über KuchenTV gesagt habe. Allein dieser eine Post berechtigt für mich schon dazu, diese Aussage mit Fick dich, du Arschloch abzugeben, weil das ist indiskutabel. Hetzerisch, das ist hassschürend gegen eine Gruppe, die sowieso schon extrem viel dieses Hass ausgesetzt ist. Das ist verachtenswert. Und mit diesen schönen Worten beenden wir diese Folge von Die Ratzehn, ein Podcast, wo wir normalerweise über eure Fragen diskutieren, über eure Themen diskutieren. Dies war eine extra Ausgabe, die sich insbesondere oder zum Großteil mit der aktuellen amerikanischen Wahl befasst hat. Wenn ihr Anmerkungen habt und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere gerade sagt, da juckt es mich in den Fingern, ihr dürft uns gerne alles. Entschuldigung, das heißt mir. Entschuldigung, da juckt es mir in mich, mich in den Fingern, da juckt es mir in den Fingern. Auch das dürft ihr grammatikalisch gerne in einen Satz fassen und sagen, Mats, du Idiot, das heißt doch, und das wird jetzt wahrscheinlich kommen, schickt uns gerne alles. Die Ratzehn at gmail.com Also, ich freue mich ein bisschen auf den Release dieser Folge. Ich auch, ich freue mich vor allen Dingen auf die Tage danach. Aber komm, du bist schon wieder in dem Modus. Ja, ich weiß, aber bisher, muss man ja auch sagen, hatten wir, selbst als wir festgestellt haben, die Erde ist halt nicht flach und wer wirklich glaubt, die Erde ist flach, ist auch nicht so schlau. Selbst danach gab es nichts. Echt? Nichts. Ach so, nichts, ja. Es gab, ich glaube, das höchste der Gefühle waren mal so zum 11. September ein, zwei Mails. Kam, wo irgendwelche komischen Dokus verlinkt wurden, wo drin stand, ja, aber wenn ihr euch das, aber wie gesagt, wie gesagt, die Ratzehn at gmail.com, at die Ratzehren, askfm slash die Ratzehren, da sind wir erreichbar. Da dürft ihr uns gerne eure Fragen antworten, Themenvorschläge, Gedanken, kleinen Witzchen, Lobeshymnen, was auch immer, sehr, sehr gerne schicken. Ich denke, wir werden die Fragen, die ich rausgesucht hatte für diese Woche, das nächste Mal reinnehmen. Muss ich da nicht nächste Woche, Jura. Musst du eigentlich nicht machen. Das war mein Plan. Ich bin eigentlich voll glücklich, dass es dran gewählt wurde, weil ich jetzt eine Woche Fragen sparen kann. Vor allen Dingen, du schaffst es jetzt ja auch einfach, die nächsten zwei Wochen nicht in unsere E-Mail-Postfach hier reinzugucken. Was soll das denn heißen? Muss ich dann erst in vier Wochen machen und dann erstmal denke ich, oh shit. Ui, 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 ui. Antwortest dann auch für mich bitte, ne? Ja, ja. Entschuldigung. Also nicht besorgt sein, wenn eure Fragen, die ihr uns jetzt vielleicht in den letzten zwei Wochen geschickt habt, es nicht geschafft habt. War es einfach ein bisschen wichtiger. Ich wollte gerade sagen, ihr seid in breiter Gesellschaft. Keine Frage hat es in diesem Podcast wirklich geschafft, außer eben die Frage. What the fuck is los? Was ist los mit der Welt und was ist das für 1 Amerika? Ach Mats, dass du wieder das reinbringen musst. Robin, ich wollte nur irgendwie einen Kreis. Aber ich kann noch nicht mal wirklich, ich bin gerade so, ich habe gerade so viel gerechtere Wut in mir, darüber kann ich nicht sagen. Weißt du, was ich gerade total in mir habe? Urin. Urin, richtig. Und das will ich jetzt gerne loswerden. Okay. Also bis in zwei Wochen, dann wird es schon fast Weihnachten. Ach, au. Also demnächst geht noch auf die Richtung zu. Ach. Also wenn ihr wieder Wünsche habt, auch gerne eure Wunschzettel an uns. Oh, ich bin in zwei Wochen gar nicht da. Müssen wir mal vorher aufnehmen. Ja, sehr schön. Ist schon mal gut zu wissen. Ja. Ich finde es übrigens schön, können wir jetzt schon mal sagen, ihr dürft uns in Richtung Weihnachten gerne mal eure Wunschzettel zeigen. Geschenke zuschicken. Ja, auch einen Wunschzettel, was ihr euch wünscht. Das würde mich mal interessieren, was sich unsere Hörerschaft so wünscht. Das sagst du jetzt wirklich. Nee, nee, nee. Wir können uns zu Weihnachten gerne mal ein paar Geschenke zuschicken. Da sind wir. Wir posten unsere Wunschzettel einfach im Beitrag zur nächsten Folge. Ich wünsche mir nur eine empathische Welt. Das wäre schön, die würde ich mir auch wünschen. Und ein Klo direkt hier im Podcastraum, das ist mein zweiter Wunschzettel. Und das KuchenTV vielleicht mal stolpert. Ach, hey. So. Auf Wiederhören. Sich nicht wirklich wehtut, aber zumindest einmal auf die Nase fällt. Und vielleicht so eine blutige Nase hat. Ich muss jetzt wirklich auf Chloro. Wir machen jetzt feiern. Tschüss. 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 Tschüss.